Moin und willkommen zum ultimativen Deep Dive ins Lightroom Classic Druck Modul. Ich bin Chris vom Happy Shooting Photo Podcast und gemeinsam mit Boris mache ich hier jede Woche live auf dem Channel Sendung und natürlich auch jede Woche überall, wo ihr eure Podcasts hört. Boris hat uns alles über das Lightroom Classic Druck Modul erklärt, wirklich alles in Happy Shooting, sechs Folgen lang. Und nachdem jetzt genügend Leute gefragt haben, ob es das auch an einem Stück gibt, hat John Michael das jetzt mal für euch zusammengeschnitten. Dafür ganz lieben Dank. In diesem Video zum Beispiel folgende Themen. Arbeiten mit eigenen Vorlagen, Druck auf unterschiedlichen Druckern und Papiergrößen, Passepartous, randloses Drucken, mehrere Bilder auf einer Seite als Collage, als Gitter, als Diptychon, Beschriften von Bildern, Bilderpakete, Fotokollagen, Seitenverhältnisse, überlappende Bilder, Druck in Dateien, Bilder für Druckanbieter ausgeben und so weiter und so fort. Viel Spaß. Los geht's. So. Moment. Ich mach mal eine Fanfare. Weil? Okay. Es gibt einen Dreiteiler. Das wissen wir noch nicht, wie viele Teile es sind. Du hast Dreiteiler gesagt. Ich hab gesagt, mehr Teiler. Ah, okay. Aber drei werden es auf jeden Fall, oder? Ich denke, das wird sich nicht vermeiden lassen. Also ich hab schon gesagt, eigentlich sollte ich hier eine Stoppohr mitlaufen lassen, aber gucken wir mal, wie umfangreich das wird. Es ist gar nicht so schlimm. Es geht um Lightroom Classic, es geht um das Druckmodul, was ich sehr gerne benutze. Und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen, was das Ding so ist, was es kann, wie es funktioniert. Und heute ist mal der erste Teil. Wir machen einen kleinen Überblick, einen ersten Überblick über das Druckmodul und wir richten mal unsere erste Seite für ein Bild auf ein Blatt ein, damit wir es zum Beispiel dann schön rahmen können. Also etwas, was ich hier tatsächlich gemacht habe. Ah, wo war sein Link? Du wirst auch dazu ein bisschen Bildschirm zeigen. Das heißt, wer das jetzt nur hört, wir bitten um Ziemalsumverzeihung, aber da ist vielleicht die Videofolge, die ist direkt in den Show Notes verlinkt oben, ist da wahrscheinlich ganz sinnvoll. Genau. Ich versuche immer zu beschreiben, wo ich bin und was ich da tue. Also wenn ihr Lightroom Classic, das Druckmodul, ein bisschen im Kopf habt, dann hilft das. Wenn ihr es direkt vor euch habt, während ihr jetzt gerade die Kopfhörer im Ohr habt, dann hilft es wahrscheinlich noch mehr. So. Dann schalte ich mal meinen Bildschirm um und erzähle mal, was ich hier vor mir habe. Ich bin im Lightroom Classic in das Druckmodul gegangen. Das geht eben, kennt ihr, ganz oben in der Titelleiste. Ich bitte auch jetzt schon um Entschuldigung. Ich habe meinen Lightroom auf Englisch laufen, weil damit einfach die Begriffe kürzer sind und die Seitenleisten schmaler sein können. Deswegen werde ich oft irgendwelche englischen Begriffe verwenden, weil ich auch gar nicht weiß, wie es ins Deutsch übersetzt wurde. Aber irgendwo das vorletzte, ganz rechts, ist Print. Im Deutschen wahrscheinlich Drucken. Und da kommt man in das Druckmodul. Und das ist schon das Erste, was ich in der Regel mache. Ich bin also, wenn ich Fotos bearbeitet habe, in der Bibliothek, also in der Kachelansicht von den Fotos und habe mir die Bilder aussortiert, zum Beispiel in einer Sammlung oder ähnlichen, die ich jetzt drucken möchte. Und dann komme ich eben mit der Sammlung oder mit den markierten Bildern aus der Bibliothek in das Druckmodul. Diese Selektion bleibt erhalten und die Bilder werden dann unten am Rand angezeigt, wenn ihr euch diesen Diastreifen da habt einblenden lassen. Man kann im Druckmodul auch auf seine Sammlungen zugreifen, auf die Collections. Das geht links an der Seite, da kann man seine Collections aufklappen, wie das in vielen Modulen möglich ist. Nutze ich quasi nie, weil ich dann immer mit der Taste G auf die Grid-Ansicht umschalte, also in die Bibliothek und dann entweder dort meine Sammlungen habe, meine gespeicherten suchen oder eben, wie gesagt, einfach meine Selektionen übernehme. Und dann bin ich im Druckmodul. Dann haben wir an der linken Seite, ganz oben kann man sich einblenden lassen, eine Vorschau, die Preview. Da wird einfach nur angezeigt, genau wie im Entwicklungsmodul, wenn man über die verschiedenen Presets von der Bearbeitung fährt, wie das aussehen würde. So wird halt hier links oben das Layout angezeigt, was unter dem Mauszeiger ist, wenn man unten in diesem Template-Browser mit der Maus über die Vorlagen zieht. Dann wird immer eins hervorgehoben und oben eben angezeigt, welches das ist. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man sich schon sehr viele eigene Vorlagen gemacht hat. Und wir legen jetzt auch eine eigene Vorlage an. Und das geht in diesem Template-Browser oben rechts mit diesem Plus an der Seite. Da vergeben wir jetzt einen Namen. Ich nenne das mal hsdrucken1. Und dann kann man sagen, in welchem Ordner möchte man das gespeichert haben. Und wenn man diese Liste aufmacht, hat man die Möglichkeit, über New Folder einen neuen Ordner anzugeben. Den nenne ich mal hsdrucken. Dann legt er links an der Seite einen hsdrucken Ordner an. Und wenn ich jetzt sage Create, dann habe ich jetzt auch schon eine Vorlage angelegt. Was ihr jetzt als Vorlage da seht, das hängt so ein bisschen davon ab, was ihr vorher ausgewählt hattet. Das wird dann übernommen. Ist aber nicht schlimm, weil das passen wir jetzt sowieso alles an. Wichtig ist, auf die Seite kommen wir auch gleich nochmal, dass ganz rechts oben, da gibt es nämlich den sogenannten Layout-Style, das dort ausgewähltes Single-Image-Contact-Sheet, was auch immer da im Deutschen steht, Einzelbild, Kontaktabzug, keine Ahnung. Das ist das, womit wir uns jetzt hier zumindest heute und vielleicht auch nächstes Mal noch beschäftigen werden. Zu den anderen Sachen kommen wir später. Ich gehe jetzt wieder links zurück auf unser angelegtes Template, hsdrucken 1. Und jetzt möchte ich erst mal einstellen, auf was für eine Papiergröße ich überhaupt drucken möchte. Und dazu gibt es links unten den Page Setup-Button. Den kann man anklicken. Und dann kann man auswählen, was für ein Papierformat für welchen Drucker man haben möchte. Da kann man hier, ich bin auf Mac unterwegs. Das kann sich jetzt unter Windows ein bisschen unterscheiden, das weiß ich nicht, weil ich bin am Mac. Dann kann ich halt sagen, ich möchte Papierformate für alle Drucker haben. Dann wähle ich Any Printer. Dann ist das halt Druckerunabhängig. Oder aber ich weiß schon, mit was für einem Druckertreiber ich in der Regel drucken möchte. Bei mir ist das hier der Epson ET8550 Printfab über Bonjur. Printfab ist ein Druckertreiber, den ich mir mal begönnt habe. Aber da können wir mal wann anders drüber sprechen. Ansonsten wählt ihr hier eben einfach euren Druckertreiber aus. Und wenn ihr den Druckertreiber ausgewählt habt, dann wird unter Papiergröße, Paper Size, werden dann alle Papiergrößen angezeigt, die dieser Druckertreiber zur Verfügung stellt. Und hier habt ihr jetzt eben zum Beispiel auch die Möglichkeit, Randlosformate zu wählen. Wenn euer Drucker und euer Druckertreiber das können, dann könnt ihr hier direkt randlos auch drucken. Ich wähle jetzt mal bewusst eine Größe aus. Das ist jetzt hier in meiner Vorlage schon drin. Und zwar A4 Papier. Ganz klassisch mit eben einem nicht druckbaren Bereich außenrum, der also nicht randlos gedruckt wird. Warum, erzähle ich euch gleich. Dann kann man hier auch noch sagen, ob das ein Hochformat oder ein Querformat sein soll. Auch das können wir noch jederzeit ändern. Wir speichern das mal. Außerdem hat man links unten neben diesem Page Setup auch noch ein Print Settings Button. Wenn man den aufruft, dann geht quasi ein Dialog auf, wie er auch aufgeht, wenn man drucken möchte, wo man auch wieder einen Drucker auswählen kann. Und dann Drucklayout Einstellungen und was der Druckertreiber so alles anbietet, wählen kann. Auch hier kann man halt hineingehen und kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt meine Druckvorlage haben für ein, was wählen wir mal für ein Papier, für ein Hahnemühle Feinart Pearl zum Beispiel. Das stelle ich mir schon mal ein. Ich drücke auf Speichern. Das Ganze hat den Sinn, dass diese Einstellungen, die ihr dort wählt, mit eurem Template verknüpft werden. Und wenn ihr das Template später mal auswählt, dann ist das auch sofort eingestellt für den nächsten Druckvorgang. Ihr könnt euch also das gleiche Template auch einfach duplizieren und einmal zum Beispiel für ein Aquarellpapier und einmal für ein Pearlpapier anlegen und habt das dann auf Knopfdruck zur Verfügung, wenn euch sowas hilft. Was man jetzt an dieser Stelle nicht vergessen darf, ist, dass man, wenn man hier am Page Setup oder am Print Settings etwas geändert hat, dass man mal auf seinem Preset mit der rechten Maustaste klickt und sagt Update with Current Settings, also mit aktuellen Einstellungen aktualisieren. Denn nur dann sind die Änderungen jetzt auch am Preset gespeichert. Das vergisst man leider sehr, sehr häufig und sehr schnell. Geht mir jedenfalls so und dann wundert man sich, wenn man es das nächste Mal aufruft, warum das nicht so ist, wie man es verlassen hat. Ist schade, aber ist halt so. Jetzt gucken wir mal rüber auf die rechte Seite. Da haben wir nämlich bei den Image Settings zwei interessante Parameter, nämlich einmal Zoom to Fill und Rotate to Fill. Ich wähle das mal beides ab. Was tut das? Wir haben auf der, auf dem, auf dem, auf der Papierseite haben wir eine sogenannte Cell, eine Zelle, eine Kiste, wo das Bild drinnen gedruckt wird, auf der Seite. Das nennt man einen Rahmen. Einen Rahmen. Ja, es ist, Rahmen gibt es noch verschiedene, ich nenne es mal Zelle, weil Rahmen gibt es noch andere. Dazu muss ich auch ein bisschen weiter vorspringen, nämlich etwas tiefer bei Layout kann man nämlich die Ränder, nämlich den Rahmen definieren. Ich fahre den mal komplett so niedrig, wie es geht. Damit wird dann die Zelle, auch die Größe der Zelle so groß, wie sie möglich ist, auf dem Blatt Papier. In meinem Fall, ich habe jetzt ein nicht randloses Papier gewählt, also einen nicht randlosen Druck und deswegen habe ich einen nicht druckbaren Bereich ringsherum. Der wird mir in Lightroom auch dargestellt, so ein bisschen ausgegraut. Da kann ich nicht hindrucken und jetzt sieht man bei mir gerade auf dem Bildschirm, dass das Bild, was ich gewählt habe, wenn ich keinen Zoom und keinen Rotate aktiviert habe, diesen Rahmen nicht vollständig ausfüllt. Ich habe also oben und unten noch ein bisschen weißen Rand, denn das Seitenverhältnis vom A4 Papier passt nicht zu meinem Bild. Und da kann man jetzt eben sagen, ich möchte einen Zoom to Fill haben. Ich möchte also auf jeden Fall das Bild so weit vergrößern, dass es den Rahmen komplett ausfüllt, natürlich im korrekten Seitenverhältnis. Das Bild wird also beschnitten. Das finde ich persönlich sehr hilfreich, wenn man eben gleichartige Motive an die Wand bringen will. Oft sind das wirklich nur ein paar Pixel, die verloren gehen. Das war übrigens damals, wenn man sich Abzüge hat machen lassen oder Poster gedruckt hat, war das auch schon so. Das ist einem nur häufig gar nicht so richtig aufgefallen. Hier in Lightroom habe ich jetzt noch die Möglichkeit, wenn ich mit dem Mauszeiger dann über das Bild in der großen Vorschau fahre und ich habe Zoom to Fill aktiviert, dass ich den Ausschnitt noch bestimmen kann. Weil dieser Zuschnitt kann ja je nach Unterschied im Seitenverhältnis mehr oder weniger extrem sein. Und vielleicht möchte man zum Beispiel nicht, ich habe jetzt hier mal ein Beispiel gemacht von einem Baum, der hier zu sehen ist, wo die Äste jetzt links an den Rand anstoßen durch den Beschnitt. Und wenn ich das nicht möchte, dann kann ich das Bild einfach ein bisschen nach rechts ziehen, sodass der Baum wieder schön mittig platziert ist und wirkt, ohne an den Rand anzustoßen. Das kann man hier also konfigurieren. Und das Rotate to Fit hat natürlich auch damit zu tun, ob das Bild im korrekten Seitenverhältnis so rotiert wird, dass eben die lange Seite des Bildes auch der langen Seite der Papierseite entspricht. Um das zu demonstrieren, stelle ich mal kurz die Seite aufs Hochformat, indem ich über Page Settings nochmal daher gehe und das ins Hochformat ändere. Rotate to Fit ist abgewählt, Zoom to Fill ist aber aktiviert. Und jetzt wird das Bild eben auf die volle A4 Höhe gesoomt, obwohl es ein Querformat Bild ist. Und das heißt, ich habe jetzt einen extremen Beschnitt. Der Baum passt gar nicht mehr komplett ins Bild, also nicht komplett aufs Blatt. Ich kann ihn zwar hin und her verschieben, wenn ich das möchte. Wenn ich jetzt nur einen halben Baum drucken möchte, kann ich den so wie hier den Baumstamm direkt an die Seite machen und dann eben nur eine Hälfte des Baums drucken, wenn ich das möchte. Oft möchte man das aber nicht und dann kann ich eben sagen, ich möchte es aber trotzdem groß drucken. Dann mache ich jetzt noch ein Rotate to Fit und dann wird das Bild eben 90 Grad gedreht, sodass es eben wieder dem Seitenverhältnis des Papiers entspricht. Diese Einstellungen sind generell ganz praktisch, vor allen Dingen, wenn man mehrere Bilder auf einmal drucken möchte und man hat sowohl Hochformate als auch Querformate ausgewählt. Da möchte man jetzt nicht jedes einzelne Bild wählen und immer wieder die Einstellungen und die Seitenausrichtung anpassen, sondern man sagt einmal, ich will die Papierseite am Bildschirm im Querformat sehen, weil das ist halt für mich am größten an meinem Bildschirm. Ich aktiviere Rotate to Fit und wenn es halt ein Portraitbild ist, dann wird es halt auf der Seite liegend gedruckt, aber es hängt ja hinterher eh wieder aufrecht an der Wand. Und so kann man in einem Rutsch eben auch verschiedene Seitenformate drucken. Ich markiere hier zum Beispiel nochmal als zweites Bild ein Hochformatbild. Auch das so eine Sache, wenn man mehrere Bilder markiert hat und man möchte mehrere Seiten drucken, dann sieht man in der Mitte, wo das große Vorschaubild angezeigt wird, unten rechts in der Ecke ein Page 1 of 2 oder wie viel auch immer ihr ausgewählt habt. Das seht ihr allerdings nur, wenn ihr mit der T-Taste die Toolbar mal eingeblendet habt. Das verkleinert zwar die Vorschau, zeigt euch aber an, wie viele Bilder ihr markiert habt. Das gibt so ein bisschen Sicherheit, wenn man auf Drucken klickt. Sonst hat man unter Umständen eine böse Überraschung, wenn man vorher Steuerung A gemacht hatte. Ich spreche aus Erfahrung. Und man kann dann hier auch mit den kleinen Pfeiltasten in der Toolbar eben zwischen den Bildern umschalten. Und ihr seht, mein hochformatiges Bild wird eben auf der Seite liegend gedruckt, um eben dem Seitenverhältnis zu entsprechen und möglichst groß gedruckt zu werden. Und auch hier, also bei jedem einzelnen Bild, könnt ihr den Ausschnitt verschieben und die Position dieses Verschiebens wird sich auch gemerkt. Das heißt, man kann, wenn man jetzt zehn Bilder drucken will und durch den Zoom to Fill passt das nicht auf die Seite, dann könnt ihr die zehn Bilder einmal durchgehen, könnt sie an die richtige Stelle verschieben und könnt dann auf Drucken gehen. Die Position merkt sich Lightroom sehr praktisch. Und vorhin waren wir schon unten beim Layout, wo die Margins sind, also die Ränder. Und wenn ich jetzt ein Bild randlos drucken will, dann kann ich das jetzt hier gerade nicht tun, weil ich habe ja im Druckertreiber ein nicht randloses Blatt gewählt. Wenn ihr randlos drucken wollt, dann müsst ihr halt im Page Setup auch ein Papier wählen, was randlos ist, damit der Drucker eben auch den randlos Druck aktiviert. Das ist halt Druckertreiber abhängig. Dann könnt ihr hier diese Margins tatsächlich auf Null runterfahren und randlos drucken. Das geht. Wenn ihr aber vorhabt, ein Bild mit Rand zu drucken, wie ich es in letzter Zeit ganz gerne mag, ich mache dann so einen Zentimeter oder anderthalb Zentimeter außenrum, drucke mir so quasi mein Passepartout, dann ist es sinnvoll, ein Papierformat zu wählen, was nicht randlos gedruckt wird. Warum dieses? Ich gehe jetzt hier mal an die Margins und stelle hier überall einen Zentimeter ein, ringsherum. Da wird Chris ein bisschen zucken, weil das natürlich nicht die optische Mitte ist, sondern die exakte Mitte. Du kennst mich gut. Natürlich. Wenn man jetzt die optische Mitte haben will, dann kann man natürlich den oberen Rand ein bisschen schmaler und den unteren ein bisschen größer machen. Die Option hat man. Aber jetzt habe ich ringsherum einen Zentimeter angegeben. Und wenn ich das jetzt ausdrucke auf meinem Drucker und ich messe nach, dann ist das auch sehr exakt ringsherum ein Zentimeter, obwohl ich ja einen nicht druckbaren Bereich habe. Der nicht druckbare Bereich ist in diesem Zentimeter schon mit inklusive. Man muss ja also nicht selber wissen, wie viel Millimeter werden nicht gedruckt und die muss ich dann davon abziehen, damit ich insgesamt einen Zentimeter habe. Das ist hier in Lightroom halt so, dass das schon mit inkludiert ist. Ihr könnt also wirklich sagen, vom echten Papierrand, wie viel Abstand soll das Bild haben und das stellt ihr ein. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr ein randloses Papierformat gewählt habt, wenn euer Drucker randlos drucken kann. Das Problem ist nur dann, ihr stellt dann ein Zentimeter ein. Ihr werdet aber nicht exakt ein Zentimeter bekommen, denn der Randlosdruck bei den Druckern funktioniert so, dass das Bild übergroß gedruckt wird, also über den Rand hinaus. Bei einem Randlosdruck verliert ihr also immer ein bisschen Pixel und Tintendrucker drucken auch über den Rand hinaus auf so ein Auffangschwämmchen, versauen quasi so ein bisschen den Drucker. Dass du dann nach ein paar Jahren irgendwann mal leeren musst bei den etwas professionelleren Druckern. Ja, ganz genau. Und bei den nicht so professionelleren einfach wegschmeißen. Das ist also prinzipbedingt so und man kann im Druckertreiber in der Regel auch einstellen, wie viel übergroß gedruckt werden soll, weil das hängt dann eben ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab, wie viel man braucht, damit es dann auch wirklich keine weiße, feinste Randmarkierung mehr gibt. Und das führt aber dazu, dass es halt nicht mehr exakt ein Zentimeter sein kann, denn dieser ein Zentimeter Rand gehört ja zum gedruckten Bild. Und auch der geht natürlich über den Rand hinaus. Und jetzt hängt es eben dann von der Einstellung im Druckertreiber ab, wie sehr übergroß gedruckt wird und wie viel ihr verliert. Da müsstet ihr dann also wirklich mit den Druckereinstellungen experimentieren, nachmessen und dann hier im Druckmodul wieder nachsteuern. Und das ist ja Quatsch, weil wenn ihr sowieso genau wisst, ihr wollt ein Randringsrum haben, warum dann überhaupt erst randlos drucken? Also nehmt ihr dann besser ein Papierformat, eine Drucktechnik mit nicht druckbarem Bereich außenrum und dann könnt ihr das präziser einstellen. Und der Drucker hat es nicht so schwer und macht keine Sauereien. Und oft geht es sogar noch schneller. Genau. Das ist das, was wir hier einstellen können. Und wenn wir jetzt hier so schöne Ränder eingestellt haben und das alles gemacht haben, dann vergessen wir bitte nicht, noch einmal auf unser Links, auf den Template Browser zu gehen, auf unser Template, nochmal die rechte Maustaste zu drücken und sagen Update with Current Settings, weil nämlich auch die Einstellung hier rechts an der Seite mit dem Zoom to Fill, Rotate to Fill, mit unseren Margins und so weiter und so fort, was man hier so alles noch einstellen kann, auch das wird alles in unserem Template gespeichert, damit es uns beim nächsten Klick wieder zur Verfügung steht. Und wenn man das wieder vergisst, dann kann man sich auch wieder schön ärgern, weil man alle Ränder verloren hat. So. Im Prinzip ist es das schon. Das heißt, man kann jetzt ganz noch unten an den Bildrand ganz unten rechts gehen, da gibt es den Knopf Print oder Drucken und dann geht in der Regel ohne Rückfrage sofort der Druck los. Welcher Drucker gewählt ist, ist ja in den Print Settings definiert, welches Seitensetup gewählt ist, ist im Page Setup gewählt, dann geht es sofort los. Meiner Erfahrung nach ist es aber besser, über den Button daneben zu gehen, über Printer, also Drucker, Punkt, Punkt, Punkt. Dann öffnet sich nämlich nochmal der Druckendialog, den ihr kennt vom Mac oder von Windows und könnt hier jetzt nochmal die Einstellungen prüfen. Ist denn das richtige Papierformat ausgewählt? Also ich habe ja hier, wie gesagt, mein Printfab und dann kann ich hier nochmal in die Einstellungen gehen und kann eben bei den Settings nochmal gucken, ist denn jetzt auch mein Hahnemühle Fine Art Pearl ausgewählt, so wie ich mir das gewünscht habe, weil ich weiß, dass das hier an der Vorlage so gespeichert ist. Denn nicht immer funktioniert das so, wie man sich das vorstellt, weil man zum Beispiel in seinem Druckertreiber wiederum eigene Drucker Presets wählen kann. Das ist jetzt aber Druckertreiber bzw. Betriebssystem spezifisch. Und wenn man jetzt hier am Mac zum Beispiel an seinem Druckertreiber hinterlegt hat, man möchte hier immer ein bestimmtes Drucker Preset benutzen, dann überschreibt das auch schon mal gerne die Einstellungen, die man eigentlich an seinem Lightroom Template hat. Und deswegen gehe ich eigentlich immer über das Druckermenü, prüfe das nochmal, ob das alles so stimmt, korrigiere gegebenenfalls die Einstellung und dann drucke ich das aus. Damit das gut aussieht, sind einige Dinge ja natürlich noch zu berücksichtigen unter Umständen. Da wird es dann aber komplexer und das soll Teil eines späteren Teils werden. Genau, wie oft kriege ich Teil in einem Satz runter, wir arbeiten dran. Ich würde sagen, für diesen ersten Teil als Überblick und als einfachster Fall ein Bild auf eine Seite sauber ausgerichtet mit schönem Rand soll das erst einmal genügen. Das war Lightroom Classic Druckmodul Teil 1, meine Damen und Herren. Ich hätte heute den zweiten Teil anzubieten. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie wir ein Foto auf ein Blatt drucken, ein Bild auf eine Seite und welche Möglichkeiten wir da so haben. Da habe ich übrigens schon das erste Feedback bekommen eines Hörers, der sich schon darüber gefreut hat, weil er sagt, jetzt hat er das verstanden mit den Templates vorne, weil er hat immer wieder von vorne angefangen bei Null. Und dann ist das natürlich sehr aufwendig, weil man ziemlich viel rumklicken muss. Aber dass man sich eben auch die Druckereinstellungen, die Papiereinstellungen eben speichern kann, das hat schon was gebracht. Heute machen wir weiter. Wir drucken nämlich jetzt mehrere Bilder auf eine Seite. Und dazu schalte ich hier nochmal um. Wie gesagt, im Video werdet ihr jetzt mein Lightroom Classic sehen und ich versuche für den Audio wieder zu beschreiben, was ich hier tue und schaue mal hier auf mein kleines Skript. Es geht immer noch um das Lightroom Classic Druckmodul. Wir haben links an der Seite wieder unsere Templates und es geht auch immer noch um den ersten Layout Style, nämlich Single Image Schrägstrich Contact Sheets. Entschuldigung nochmal an dieser Stelle, wie gesagt, mein Lightroom läuft auf Englisch. Ich kenne jetzt nicht zu allen die deutschen Übersetzungen, wie es im deutschen Lightroom aussieht. Ich hoffe, ihr findet euch da trotzdem zurecht. Wir fangen wieder an, indem wir im Template Browser, also links über das Plus, eine neue Seite, ein neues Template anlegen. Das nenne ich in diesem Fall HS Drucken 2, ganz kreativ. Und ich habe ja letztes Mal schon einen Ordner angelegt, HS Drucken. Da lege ich jetzt auch dieses wieder hinein. Und da ich vorher unsere Vorlage ausgewählt hatte, die wir letzte Woche gemacht haben, sieht jetzt erstmal alles genauso aus wie letzte Woche auch. Er hat also quasi die Einstellung übernommen von dem Template, was ich ausgewählt hatte. Auch das ist praktisch, wenn ihr mehrere Templates habt und ihr wollt ein Template ein bisschen variieren, dann stellt ihr euch auf das Template, was ihr haben wollt. Und dann könnt ihr das duplizieren. Oder wenn ihr dann auf Neu anlegen geht, dann sind diese Einstellungen erstmal übernommen. Sehr praktisch. Ich lasse auch die ganzen Page Settings und Print Settings alles wie beim letzten Mal eingestellt. Da könnt ihr ja letzte Woche nachhören und nachschauen. Wie gesagt, Layout Style, ich bin jetzt auf der rechten Seite ganz oben, lassen wir auf Single Image Schrägstrich Contact Sheets, weil darum soll es auch gehen. Wir haben Zoom to Fill und Rotate to Fit immer noch aktiviert, wie vom letzten Mal auch. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter gucken in den Layout Block, dann haben wir die Möglichkeit, ein Page Grid, also ein Raster aufzubauen mit Zeilen und mit Spalten, mit Rows und Columns. Und wenn ich an diesen Schiebereglern drehe oder eben, wie ihr es von Lightroom kennt, wenn ihr über die Zahl fahrt, dann könnt ihr da mit Klick und Maus bewegen, die Zahl ändern oder reinklicken und mit der Tastatur etwas hineinschreiben. Ich mache jetzt einfach mal zwei Zeilen und drei Spalten. Und jetzt habe ich eine A4-Seite, also die Vorschau einer A4-Seite vor mir mit einem Zentimeter Randrings herum. Und da drin eingepasst, sechs Fotos. Ich habe auch mehrere Bilder hier in meinem Fotostream markiert. Und jetzt habe ich alle sechs markierten Bilder, beziehungsweise ich habe sogar noch mehr markiert. Da sieht man hier unten, dass es noch eine weitere Seite gibt. Ich habe nämlich sieben Bilder markiert. Da werden also alle markierten Bilder auf diese einzelnen Zellen verteilt auf dieser Seite. Und was wir jetzt auch sehen ist, dass das Rotate to Fit nicht unbedingt das sein muss, was wir wollen. Weil jetzt sind nämlich manche Bilder 90 Grad gedreht und andere vielleicht nicht. Deswegen nehme ich das Rotate to Fit mal raus und dann sind sie alle gleich ausgerichtet. Ob das für euch sinnvoll ist oder nicht, das hängt natürlich sehr davon ab, warum ihr diese mehreren Bilder in dieser Form auf eine Seite drucken möchtet. Wenn es halt Kontaktabzüge tatsächlich sein sollen, weil ihr das in einem Ordner archiviert, zum Beispiel irgendwelche Scans von euren Analogbildern oder so etwas und ihr wollt die dann mit in das Album hinein drucken, damit ihr dann schneller wiederfindet, auf welchem Film war denn das Bild oder ähnliches. Dann wollt ihr die vielleicht nicht immer um 90 Grad hin und her haben, je nachdem, ob es ein Hoch- oder Querformatbild war. Wenn ihr das aber benutzt, um kleinformatig das hinterher zuzuschneiden und dann in ausgeschnittener Form zu verwenden, in Form von Visitenkarten oder ähnlichen, dann kann das natürlich wieder Sinn machen, dass man mit Rotate to Fit die Bilder dann rotieren lässt. Aber sei mal erwähnt, dass das hier eben eine große Auswirkung hat. Genau, wie viele Seiten es gibt, das hängt davon ab, wie viele Bilder ihr markiert habt. Das haben wir gerade schon gesehen. Und wenn ihr jetzt nicht wollt, dass diese Zellen so dicht aneinander klatschen, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das Cell Spacing, also die Abstände zwischen den Zellen noch zu beeinflussen. Auch da gibt es Horizontal- und Vertikal-Schieberegler, die man einstellen kann. Oder, wie ich es jetzt mache, ich tippe einfach mal hinten rechts in das Eingabefeld und schreibe bei beiden 0,5. 0,5, so viel Zeit muss sein. Und dann haben wir ein bisschen Abstände zwischen den einzelnen Bildern. Wie viel, das könnt ihr dann selber einstellen. Übrigens, an dieser Stelle der Hinweis, der Link zum Video ist immer oben in den Shownotes. Das heißt, wer das jetzt nur hört, das ist wahrscheinlich zum Gucken besser. Wahrscheinlich, genau. Aber ich gebe mir Mühe, das zu erklären, was ich hier mache. Dann gibt es eine Besonderheit im Layout-Bereich, in diesem Layout-Block auf der rechten Seite von diesem Druckmodul. Nämlich am ganz unteren Rand von diesem Layout-Block gibt es ein Keep Square, also quadratisch bleiben. Wenn man da drauf drückt, dann werden alle Zellen quadratisch sein. So, und jetzt ist es plötzlich egal, wie viel Abstand ich zwischen den Zellen einstelle, wie viele Zellen ich einstelle, wie viele Reihen, wie viele Zeilen ich mache. Es werden immer quadratische Zellen bleiben. Und jetzt hängen eben auch die Ränder, die Abstände und die Größe der Zelle, also die Cell Size, die hängen jetzt alle miteinander zusammen, weil er natürlich immer versucht, alles quadratisch zu halten. Das mache ich aber mal wieder aus. Das möchte ich nicht. Ich mache es wieder so groß, wie es geht. Also wenn ihr an der Zellgröße zieht, an der Höhe und der Breite, dann werden natürlich die Abstände dazwischen kleiner. Und wenn ihr die Abstände wieder manipuliert, dann wird natürlich die Zellgröße wieder kleiner. Also die Regler haben immer eine gewisse logische Abhängigkeit zueinander. So, jetzt haben wir sechs Zellen mit ein bisschen Abstand. Also sechs Bilder, die wir hier drucken können. Da geht schon was. Jetzt lass mich kurz in mein Skript gucken. Ah ja, genau. Es gibt noch eine Besonderheit. Und zwar gibt es etwas weiter oben in dem Block Image Settings eine Option Repeat One Photo Per Page. Wenn ich die anklicke, dann habe ich jetzt das erste Foto aus meiner Selektion sechsmal auf einer Seite. Und auf der nächsten Seite habe ich das zweite Foto sechsmal auf der Seite. Auf der dritten Seite habe ich dann das dritte Foto sechsmal auf einer Seite. Das heißt, auf jeder Seite immer nur ein Bild. Und das eben so oft, wie ihr Zellen hier auf die Seite gebracht habt. Das kann man dann beliebig weit treiben. Wofür ist das jetzt praktisch? Ich habe es noch nicht tatsächlich in Lightroom benutzt, aber ich hätte es benutzen können, als ich zum Beispiel mal für eine Auftraggeberin Eintrittskarten gedruckt habe. Da habe ich so Sammelkarten gedruckt. Da gab es vier Motive, nee, acht glaube ich sogar. Genau, zweimal vier Motive zum Bingo spielen mit Getränkgutschein da drauf. Und da hätte ich dann eben diese Motive wählen können und hätte sagen können, okay, druck sie mir so oft, so groß auf eine Seite. Dann hätte ich die gleich mit Lightroom hier gedruckt und dann ausschneiden können. Ich habe das dann in einer anderen Software gemacht, wäre aber hiermit auch machbar gewesen. Oder wenn ihr halt Visitenkarten selber drucken wollt oder ähnliches, dann könnte das eine Möglichkeit sein, die man dafür verwenden kann. Etwas gibt es zu beachten. Man kann nämlich, dazu schalte ich das Repeat One Photo Per Page nochmal aus, man kann jetzt die Fotos in den einzelnen Zellen verschieben, so wie wir das letzte Woche auch in der einen Zelle auf der einen Seite gemacht haben, wenn das Seitenverhältnis nicht exakt passt. Und jetzt kann ich in sechs Zellen sechs Fotos individuell so hinschieben, wie ich sie haben möchte, wie sie gedruckt werden sollen. Rauf, runter, links, rechts, je nachdem, ob es ein Hochformat oder ein Querbild ist. Hier habe ich mal eine Seite mit einem Hochformatbild. Das kann ich dann rauf und runter in der Zelle verschieben, um den Ausschnitt zu bestimmen, den ich dann hinterher drucken möchte. Und das merkt sich Lightroom dann auch. Wenn ich jetzt aber sage, Repeat One Photo Per Page und ich verschiebe den Ausschnitt, dann verschiebe ich alle sechs Bilder in allen sechs Ausschnitten gleich. Das heißt, es ist wirklich ein Repeat. Dasselbe Foto wird im selben Ausschnitt so oft auf diese Seite gedruckt, wie ihr eben Zellen habt. Wollt ihr jetzt dasselbe Foto mehrfach auf eine Seite in verschiedenen Zellen drucken, aber verschiedene Ausschnitte davon, zum Beispiel um einen Diptychern oder Tryptychern aus einem Panorama oder ähnliches zu machen, dann geht das mit dieser Methode nicht. Dann müsstet ihr euch entsprechend virtuelle Kopien anlegen und dann eben das Repeat One Foto ausschalten und dann einfach die virtuellen Kopien wählen, sodass ihr eben nur scheinbar das gleiche Foto gewählt habt, aber tatsächlich eine andere Instanz des Bildes. Das wäre ein Weg. Es gibt noch andere Wege, da kommen wir dann aber in späteren Teilen dazu. Das sei dazu nochmal gesagt. Dann kann man jetzt noch jede Zelle auch noch umranden. Also man kann noch einen Rand drumherum malen, der ist per Default schwarz. Man kann da aber auch einen Grauton wählen oder einen beliebigen Farbton wählen, den man da haben möchte. Zum Beispiel einen grünen Rand. Ganz wie ihr wollt. Vorausgewählt sind halt so Graustufen, die man aus so einem Ausklappmenü wählen kann. Das seht ihr dann, wenn ihr da unter Image Settings auf Stroke Border klickt und dann auf diese kleine Farbzelle drückt, die da rechts ist. Die ist halt per Default schwarz. Da könnt ihr dann eben um jede einzelne Zelle einen Rand machen. Und wie dick dieser Rand sein soll, das könnt ihr auch nochmal mit einem Schieberegler oder einem Eingabefeld wählen. Und wichtig hierbei ist, dass dieser Rahmen immer nach innen geht. Das heißt, die Größe der Zelle habt ihr mit dem Layout eingestellt. Wie groß die Zelle ist, welche Abstände sie zueinander haben. Und der Rahmen ist in jeder Zelle. Und in dem Rahmen ist dann das Bild. Also je breiter ihr den Rahmen macht, desto kleiner wird das Bild. Der Rahmen wird also nicht über das Bild gelegt, sondern das Bild wird dann kleiner skaliert. Muss man mal gemacht haben, dann wird das sofort klar, was ich gerade meine. Und wenn man sich jetzt sagt, okay, das ist ja schon ganz schön, dann schaut auch mal etwas tiefer. Da gibt es nämlich einen Abschnitt, der heißt Guides. Also die Hilfslinien. Und da kann man einzelne Hilfslinien an- und ausschalten oder eben Show Guides auf einmal ausschalten. Und dann sind mit einem Schlag alle Hilfslinien weg in der Vorschau. Es ist das Zentimetermaß außenrum weg. Das heißt, die Vorschau wird auch ein bisschen größer. Und man hat jetzt einen klareren Blick auf das Bild, was man sich da gerade zusammengeklickt hat. Das sieht ein bisschen übersichtlicher aus, weil dann der nicht bedruckbare Rand nicht mehr zu sehen ist und der Rand außenrum mit den Hilfslinien nicht mehr zu sehen ist. Was hier vielleicht noch ganz interessant zu wissen ist, wenn ihr mit der Maus über diese Vorschau fahrt und fahrt mal so den Rand ein bisschen ab, dann ändert sich plötzlich der Mauszeiger zu so einem Größenveränderungsmauszeiger. Und es ist quasi so in Lightroom Classic, wie ihr im Bearbeitungsmodul auch direkt im Histogramm die Farbwerte verschieben oder beziehungsweise die Helligkeitswerte verschieben könnt. So könnt ihr hier in der Vorschau auch so um die Ränder langfahren und dann mit Klick und Maus ziehen, zum Beispiel die äußeren Ränder verändern. Oder die Breite der Abstände zwischen den Zellen verändern und damit eben auch die Zellengröße verändern. Und das Ganze könnt ihr halt auch visuell machen, indem ihr einfach mit der Maus in der Vorschau an den richtigen Stellen klickt und zieht. Das ist dann nicht besonders präzise, weil seit 2013 wünscht man sich, dass man hier reinzoomen kann und dass es so einen magnetischen Schnapppunkt gibt für bestimmte Geschichten. Und das hat Adobe noch nicht für so wichtig erachtet, das zu machen. Deswegen mache ich hier gerade ein bisschen Werbung fürs Druckmodul. Schreibt ruhig gerne mal Feedback. Hier ist noch Potenzial. Finde ich aber ganz schön, dass man hier mal so direkt visuell eingreifen und manipulieren kann. Ich fühle mich manipuliert. Und du fühlst dich manipuliert. Einen letzten Tipp möchte ich noch geben. Und zwar, wenn man etwas weiter herunterscrollt. Moment, lass mich kurz gucken. Ich habe es in meinen Aufzeichnungen. Aufzeichnungen. Im Page-Abschnitt. Da waren wir noch nicht. Im Page-Abschnitt gibt es den Bereich Page-Options. Wenn ihr das nicht seht, müsst ihr mal diesen Bereich Page aufklappen. Und da gibt es im unteren Drittel den Bereich Page-Options. Und da drin gibt es die Crop-Marks. Und das sind diese Beschnittmarken. Und dann wird eben an jedem Zellenrand und am äußeren Papierrand werden so Schnittmarker angedruckt in so einem hellen Grau. Das ist dann ganz hilfreich, wenn ihr hinterher tatsächlich mit so einem Schneidemesser, einem Rollmesser oder irgendetwas diese Bilder auseinanderschnippeln wollt. Das habe ich tatsächlich schon mal gemacht für so kleine Bilderrahmen. Und dann ist das ganz hilfreich, wo man schneiden muss. Weil wenn man jetzt keinen Rahmen drumherum hat und dann vielleicht noch Bilder mit weißem Hintergrund hat, so schwarz-weiß-Geschichten, dann ist nicht immer ganz klar, wo ist denn jetzt eigentlich genau die Trinschärfe. Damit kann man das dann machen. Und ein letzter Tipp, wenn ihr diese Kontaktabzüge drückt, um eben ein Archiv zu haben für euren Ordner oder ähnliches, dann ist es vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man eine Fotoinformation unter jedem Bild dazu drückt. Und das gibt es auch in diesem Page-Abschnitt. Unter diesen Page-Options ist nochmal ein eigener Punkt, den man anhaken kann. Der nennt sich Foto-Info. Standardmäßig wird da der Dateiname hingedruckt, den das Bild hat. Aber ihr könnt aus einer Liste von Dingen wählen. Ihr könnt zum Beispiel auch die Caption oder das Datum wählen oder den Titel, den ihr vergeben habt. Das kommt aus den Metadaten von jedem Bild. Und ihr könnt auch auf Edit klicken und könnt euch dann einen Text zusammenstellen mit verschiedenen Informationen. Also wenn ihr dann, was weiß ich, eine Blendebildungsseite, ein Kameramodell oder ein Objektiv oder was auch immer da haben wollt, dann könnt ihr euch also Daten aus den Exif-Daten oder aus den IPTC-Daten zusammenstellen. Ihr könnt dann noch eigenes Trinks dann reinschreiben als Titel und ähnliches. Und könnt die unter jede Zelle drucken. Das hat zur Folge, weil eben auch diese Foto-Information in die Zelle hineingedruckt wird, an den unteren Rand, dass die eigentliche Bildklare wird. Also diese Foto-Info wird nicht ins Bild hineingedruckt und auch nicht in den Rand oder in den Rahmen. Lightroom Classic und dem Druckmodul. Herzlich willkommen zum Teil 3. Heute wird es gehen. Teil 48. Na, gar nicht wahr. Teil 3 haben wir. Es geht um Bilderpakete. Es geht darum, ein Bild mehrfach auf eine Seite zu drücken, aber zu drucken sogar. Aber nicht wie beim letzten Mal, alle gleich groß, sondern jetzt in verschiedenen Größen und womöglich sogar auf mehrere Seiten. Tja, wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu werden die VideoschauerInnen wieder einen Vorteil haben, denn ich blende wieder meinen Lightroom Classic ein und versuche wieder zu beschreiben, was ich dabei tue für alle, die jetzt hier gerade zuhören. Zunächst mal starte ich wieder in unserem Template-Browser, also auch diesmal wieder Disclaimer. Ich habe die englische Version vor mir. Wenn ich daran denke, versuche ich die deutschen Begriffe zu nennen, soweit ich sie weiß. Ansonsten tut mir leid. Links oben ist unser Template-Browser, also unsere Vorlagen, die wir hier haben. Ich habe ja hier meinen eigenen Ordner h ist drucken angelegt, wo wir jetzt schon zwei Vorlagen drinne haben, zwischen denen ich jetzt auch umschalten kann, weil ich immer schön daran gedacht habe, das auch zu speichern. Und was wir jetzt machen ist, ich lege eine neue Vorlage an. Die nenne ich jetzt mal ganz einfallsreich HS-Drucken 3. Ich nenne es auch gleich mal Pakete, damit ich weiß, was es ist und lege es im HS-Drucken-Ordner ab. Also bisher noch alles genau wie beim letzten Mal. Was ich beim ersten Mal schon erzählt habe, ist, dass ich ins Drucken-Modul eigentlich immer aus der Übersicht, aus der Library, aus der Bibliothek komme. Wie wir jetzt gerade auf dem Bildschirm sehen, habe ich nur ein Bild gewählt, weil ich habe heute dieses Bild gedruckt, eine Brücke, die Carbridge in Schottland. Ich wechsle dazu jetzt mal auf die Beispielbilder, die ich hier habe. Ich bin kurz ins Bibliotheks-Modul gegangen, habe mir eine Sammlung gewählt von Bildern und gehe wieder zurück ins Druck-Modul. So, ich wähle auf der linken Seite jetzt unser neues Template aus. HS-Drucken 3 Pakete. Und jetzt stellen wir ein, dass das eine, welche Seitengröße ich denn haben will. Weil mein Beispiel, was ich machen möchte, für das Drucken von mehreren Bildern in verschiedenen Größen auf einem Blatt, sind zum Beispiel Passfotos. Das war eine Frage, ich glaube, von Jürgen, wie man den Passbilder einigermaßen vernünftig drucken könnte. Und ich habe ja meine Passfotos auch selber gemacht. Und die von Tanja haben wir auch hier bei mir im Studio gemacht. Und die habe ich gedruckt, so wie ich es euch jetzt zeigen werde. Und zwar wähle ich jetzt als Page Setup, also ganz links unten auf dem Button Page Setup, Seite einrichten. Da wähle ich jetzt ein Papierformat. Und zwar wähle ich wieder ein Rand, kein randloses Papierformat, weil das gleiche Problem, wenn ich ein randloses Format wähle, dann druckt der Drucker das Bild immer etwas größer, als ich es hier präzise angebe. Und wie viel größer es wird, das weiß ich dann nicht. Wenn ich aber präzise verbindliche Größen haben will, dann sollte ich nicht randlos drucken. Das mache ich jetzt eben auch nicht. Ich wähle ein 10x15 Papier. Das wäre so ein klassisches, kleines Fotopapierchen. Das reicht mir für Passbilder völlig aus. Und bestätige mit OK. Ob ihr das Ganze dann im Hoch- oder im Querformat machen wollt, das bleibt euch überlassen. Ich habe jetzt hier das Querformat. Ganz rechts oben bei Layout Style wähle ich jetzt den zweiten Eintrag, nämlich Picture Package. Und da ändert sich dann im unteren Bereich ein bisschen etwas. Also die Möglichkeiten, die uns jetzt zur Verfügung stehen, sehen jetzt ein bisschen anders aus. Denn jetzt kann ich keine Zeilen und Spalten und irgendwelche Zellgrößen angeben. Sondern ich kann unten im Bereich Cells vordefinierte Größen auswählen und auf die Seite legen und sie dort verschieben und anordnen. Und wenn eine Größe, die wir haben wollen, nicht dabei ist, Passfoto hat die Vorgabe von 35x45 mm oder eben 3,5x4,5 cm. Wenn die Größe nicht mit dabei ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr auf einen dieser 6 Speicherbereiche, nenne ich sie mal, für Bildgrößen oder Zellgrößen auf den kleinen Pfeil direkt klicken und auf Edit gehen und könnt dort in Zentimetern eintragen, wie groß euer Foto, eure Bildzelle denn sein soll. So. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einfach durch draufklicken auf so einen Eintrag eine solche Zelle ins Bild legen. Und damit das jetzt auch gleich ein schönes Beispiel wird, wähle ich jetzt mal mein Passfoto, was ich gemacht habe. Und jetzt sieht man, dass natürlich so ein 3,5x4 cm Bild mehrfach auf ein 10,5x4 cm. Ob dir passt? Ernst? Ja, fürs Passbild, weißt du, das muss ja biometrisch sein. Ich weiß. Und ich habe schon leichtes Lächeln reingemogelt. Also es ist nicht so ernst, wie ich könnte. Die KI macht dann lächelnd raus, wetten? Ja, natürlich. So, jetzt passen dann natürlich noch ein paar mehr drauf. Deswegen wähle ich mal vier Stück, vier von den Passbildern. Ich kann die auch einzeln anklicken, also auf dieser Seitenvorschau kann ich jede einzelne Zelle anklicken und kann sie dahin schieben, wo ich sie haben möchte. Und jetzt sage ich, möchte ich noch ein größeres Bild daneben drucken, vielleicht als Bewerbungsfoto oder weil ich das Foto so wahnsinnig toll finde und das woanders hinlegen möchte. Da kann ich jetzt ein beliebiges anderes Format dahin klatschen. Huch, das wollte ich euch noch nicht zeigen. Das erzähle ich jetzt für die Audio-Geschichte. Das hatten wir früher, als der Schulfotograf immer kam. Exakt. Da haben dann die Eltern so eine Mappe bekommen mit verschiedenen Größen vom gleichen Foto. Exakt, genau das ist das. Und genauso kann man das machen. So für die Tanten und Onkels und was weiß ich alles. Ja, das ist dann eine Fotomappe, da wird eben auf einem Fotopapier in verschiedenen Größen gedruckt. Man kann sich das dann selber zuschneiden, wenn man möchte. Oder es wird dann vom Fotografen oder der Fotografin zugeschnitten. Aber so kann man das machen, weil gerade kleinere Formate, so kleines Fotopapier kriegst du ja gar nicht. Und selbst wenn nicht, jeder Drucker zieht das. Also es kann schon Sinn machen, auf ein A4-Foto zum Beispiel in verschiedenen Größen zu drucken oder eben auf, wie jetzt hier im Beispiel, auf ein 10x15 verschiedene kleinere Formate zu drucken, wenn man die braucht. Eben zum Beispiel auch Passfotogröße ist halt vorgegeben, dreieinhalb mal viereinhalb und dann aber vielleicht ein Bewerbungsfoto noch eben in größer daneben. Und die Größe kann man auch jederzeit natürlich beliebig anpassen. Ich kann also auch hier in der Vorschau am unteren Rand, Seitenrand oder an der Ecke anfassen und kann eben beliebig das Format ändern. Und wenn angekreuzt ist, genau wie bei den anderen beiden Teilen, Rotate to Fit, also rotieren, um eben ins Bild zu passen, dann rotiert der Inhalt automatisch, sodass es eben möglichst großformatlich abgebildet ist, je nachdem, wie das Seitenverhältnis ist. Und ein Zoom to Fill ist eben auch noch hilfreich, damit eben die Zelle immer voll ausgefüllt ist. Ja, so kann man das machen. Was ich jetzt hier vor mir liegen habe, ist eben eine 10x15-Seite mit fünf Bildern, vier Passfotos und ein größeres Format, was ich als Bewerbungsbild zum Beispiel benutzen kann. Wenn ich jetzt noch mehr machen wollen würde, ich klicke jetzt mal das große Bild an, nehme das mal weg und sage, ich will acht Passbilder drucken. Da habe ich jetzt einfach noch viermal auf das dreieinhalb mal viereinhalb geklickt und Lightroom hat die automatisch so angeordnet, wie sie passen. Wenn sie mal nicht passen, gibt es auch noch einen Button Auto Layout. Den kann man klicken und dann werden die Bilder automatisch so angeordnet, dass sie eben auf die Seite passen. Und wenn ich jetzt zusätzlich noch ein Bewerbungsfoto drucken will, dann mache ich jetzt noch eine Zelle, aber jetzt merkt Lightroom, das passt nicht mehr aufs Blatt und legt mir eine zweite Seite an. Das sehe ich auch in der Vorschau. Da sehe ich jetzt zwei Seiten und da kann ich jetzt zwei Stück davon anlegen. Jetzt habe ich zwei große Bewerbungsfotos und wenn ich möchte, kann ich dann noch eine Seite anlegen und kann sagen, die soll so groß werden, wie es eben geht auf dem Blatt Papier. Und wenn man dann eben auf Drucken klickt, dann würden eben drei Papiere ausgedruckt werden, alle mit demselben Motiv. Und wenn ich jetzt mehrere Motive angewählt habe, das mache ich jetzt auch mal, jetzt habe ich noch zwei weitere Motive ausgewählt, dann sehen wir auch wieder bei Lightroom unterhalb der Vorschau so kleine Pfeile. Wenn die Toolbar mit der Taste To T eingeblendet ist, mit T kann ich es ausblenden und einblenden, dann sehe ich da unten so einen kleinen Pfeil und dann kann ich eben durch meine verschiedenen Motive durchgehen und jedes Motiv wird eben als komplettes Set gedruckt und dank Rotate To Fit eben auch so rotiert, dass eben es möglichst groß in die Zelle eingepasst ist. Ich muss jetzt echt, also ich gehe noch mal zum Schulfotografen zurück. Heute hast du solche Tools und kriegst das im Prinzip mit einem Template auf einen Schlag alles fertig und Knopfdruck und so weiter. Was damals für einen Aufwand getrieben werden musste, wenn du so ein Paket mit, was weiß ich, acht kleinen Bildern und zwei mittleren und einem großen oder so, von jedem dieser, was weiß ich, wie viele hundert Kinder, die die da an einem so einem Tag irgendwie durchfotografiert haben, dann quasi, du musst das ja jedes einzelne von diesen Bildern handbelichten. Oder hatten die da eine Optik, die das aufspaltet in, nee, hatten die nicht, natürlich. Viel zu aufwendig. Das heißt, das war so richtig wochenlange Handarbeit. Kein Wunder haben diese Bilder immer einen Monat gedauert, bis die dann endlich fertig waren. Das war bestimmt Handarbeit. Mei, oh mei, das ist ja Akkordarbeit. Heiei, heiei, heiei. Nicht schlecht. So, was man jetzt auch noch machen kann, ist, wenn man jetzt ein Bild hat, was größer ist, als es in den Rahmen passt, weil, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Zoom to fill, also die ganze Zelle soll ausgefüllt sein. Wenn ich das abwähle, dann wird das ganze Bild in die Zelle gedruckt, so groß wie es geht, aber dann eben mit weißen Rändern. Es wird halt zentriert in die Zelle eingepackt. Und wenn ich jetzt ein Bild habe, was eben größer ist, dann will ich ja unter Umständen den Ausschnitt, den ich drucken möchte, in dem Bild verschieben, um das Motiv eben sauber zu platzieren. Und wenn ich jetzt aber in die Zelle klicke und dann mit der Maus verschiebe, dann verschiebe ich ja die Zelle selbst, aber nicht das Motiv in der Zelle. Kann ich aber machen, und zwar mit gedrückter Command-Taste, kann ich dann das Bild in der Zelle verschieben, wobei man dann bedenken muss, dass das Bild oder der Ausschnitt in allen Zellen verschoben wird. Also es ist nicht jede Zelle individuell, sondern es ist immer, das ist der Bildausschnitt, den du haben willst. Ich verschiebe also quasi das Wichtige in den Ausschnitt und Lightroom sorgt dafür, dass eben dieser Ausschnitt, so er eben vom Seitenverhältnis möglich ist, auf allen Wiederholungen gleichermaßen angewandt wird. Einen Unterschied gibt es, das simuliere ich jetzt mal hier. Ich lege mal eine zusätzliche Zelle hier an. Gehe mal hier zu unserem Beispiel, was ich gerade hatte. und jetzt habe ich die Zellen so angeordnet oder so skaliert, dass ich zweimal das Bild querformatig habe und viermal hochformatig habe. Also ich habe sowohl Landscape als auch hochformatig durch den Rotate to Fit auf einen Bildschirm und wenn ich jetzt den Bildausschnitt verschiebe und ich mache das bei den Bildern, die querformatig gedruckt werden, dann wird auch nur der Bildausschnitt für alle querformatigen Bilder neu justiert. Und wenn ich den Bildausschnitt für die hochformatigen Bilder anpasse, dann wird er für alle Zellen angepasst, wo das Bild hochformatig ist. Das ist jetzt relativ schwer per Audio zu transportieren. Da empfehle ich euch, das einfach mal selbst auszuprobieren. Also legt euch einfach mal ein Picture Package an mit Zellen, die eben hochformatig und querformatig sind. Dann ist es egal, was ihr für ein Bild nehmt. Aktiviert das Rotate to Fit und versucht dann mal mit gedrückter Command-Taste am Mac. Ich nehme an, dass es die Kontroll-Taste unter Windows ist mit gedrückter Command-Taste und eben klicken mit der Maus und dann verschieben, den Bildausschnitt auszurichten. Dann seht ihr, was ich meine. Lässt sich relativ schnell ausprobieren. Ja, und damit das jetzt noch einen sauberen Abschluss nimmt, packe ich jetzt mal wieder hier unser Layout rein mit vier Passfotos und einem Bewerbungsfoto und was wir jetzt nicht vergessen dürfen, ist wieder ganz links im Template-Browser auf unserem neu angelegten Template rechte Maustaste Update with Current Settings, also mit aktuellen Einstellungen aktualisieren, damit das Ganze gespeichert ist und dass das Speichern geklappt hat, sieht man dann an der kleinen Thumbnail-Vorschau, wenn die oben eingeblendet ist, dieser Preview-Bereich. Und jetzt haben wir schon aus Folge 1 ein Bild A4 auf einer Seite mit einem Zentimeter Rand. Wir haben ein Bild mit sechs Kacheln und verschiedenen Motiven auf einer Seite und wir haben jetzt unser Picture-Package, wenn ihr jetzt also unter die Schulfotografinnen gehen wollt oder ähnliches und solche Sachen machen möchtet. Damit kriegt ihr relativ schnell schöne Mappen hin und könntet vielleicht sogar mehrere Templates anlegen in verschiedenen Größen und verschiedenen Zusammenstellungen, je nach Preisstufe, was die Eltern denn bezahlen möchten. Es sei eine Trilogie in vier Teilen gerade in der Mache. Du wolltest ja doch mal noch mal unbedingt mit Klauen und Zähnen wolltest du unbedingt noch mal über dieses Lightroom Classic. Wolltest du reden? Es ist der vierte Teil zum Thema Druckmodul, meine sehr verehrten Damen und Herren an den Empfangsgeräten. Ich grüße auch die Hörerinnen in Österreich und der Schweiz. Ja, wir hatten ja schon über verschiedene Dinge gesprochen. Stopp, stopp, bevor du loslegst. das ist die Stelle, wo die Menschen mit dem Audio Podcast vielleicht kurz auf den Link zum Video klicken. Der ist in den Shownotes und weil da erzählt und zeigt der Mensch da doch ein paar Sachen. So sieht es aus. Also wie in den ersten drei Teilen auch, werde ich meinen Bildschirm gleich freigeben mit Lightroom Classic und dem Druckmodul. Ich werde versuchen, verbal zu beschreiben, was ich hier tue. Seht es mir nach, wenn es mir nicht immer gelingt. Auch noch mal der Hinweis, mein Lightroom Classic läuft auf Englisch, weil einfach die Bezeichnungen dann kürzer sind und wenn man mal Hilfe im Internet sucht, dann finde ich da einfach mehr damit. Und ansonsten wird es natürlich deutlich klarer, was ich hier versuche zu beschreiben, wenn man es im Video sieht. Also deswegen klickt gerne dann, wenn ihr zu Hause seid, mal auf YouTube zu dieser Episode und schaut euch das an. Wir hatten jetzt schon verschiedene Dinge gemacht. Wir haben verschiedene Vorlagen angelegt. Dazu schalte ich jetzt mal um auf meinen Bildschirm. Den wäre freundlicherweise Der ist schwarz. Nicht sehen. Du musst ihn anschalten. Rechts unten ist so ein Knopf. Da drückst du drauf und dann wird der hell und dann... Es ist deutlich peinlicher als du nicht eingeschaltet. Es ist der Stecker nicht reingesteckt. Okay, gut. Ich bin heute etwas spitz auf Knopf hier in die Sendung gekommen. So, da sehen wir also meinen Bildschirm und was wir schon gemacht haben, hier beim letzten Mal haben wir ein Bild in verschiedenen Größen auf ein oder mehrere Blätter gedruckt mit den sogenannten Picture Packages, mit den Bildpaketen. Wir hatten auch schon die Option, dass wir mehrere Bilder, die wir ausgewählt haben, in gleicher Größe auf ein beziehungsweise eben auf so viele Seiten wie nötig sind Papiere drucken und wir hatten natürlich ganz am Anfang gestartet mit einem Bild auf einer Seite. Das ist das, was ich am allerhäufigsten benutze, also 99,999%. Was wir jetzt heute machen, ist quasi eine Fortführung dieses Themas mit diesen Picture Packages, weil das ist ja ganz schön, dass man ein Bild in verschiedenen Formaten drucken kann, Stichwort irgendwelche Passbilder, haben wir drüber gesprochen, und Bewerbungsfotos auf ein Blatt zu drucken oder eben Kindergartengeschichten in verschiedenen Größen, das gleiche Motiv für die Eltern und Angehörigen. Aber jetzt wollen wir mal wirklich Fotokollagen auf ein Papier drucken und dazu wollen wir jetzt verschiedene Motive in verschiedenen Größen auf dasselbe Blatt Papier drucken und das geht auch. Das ist ja der Wilde Westen hier, dass das geht. Jetzt wird das abgefahren, mein lieber Scholli. Wir gehen dazu wieder links bei Lightroom Classic im Druckmodul beim Template Browser auf das Plus, legen uns also ein neues Template, eine neue Vorlage an, die nenne ich jetzt mal hsdrucken. Vier für den vierten Teil und ich nenne es mal, ach, ich lasse es einfach vier, ganz einfach, ach, doch, ich schreibe noch custom dahin, Package. in den Ordner hsdrucken, den ich mal angelegt habe dafür und jetzt haben wir eine Vorlage, die sieht so aus wie die, mit der wir gerade gestartet haben, denn er hat die Zellen schon übernommen. Damit wir aber von vorne anfangen, markiere ich jetzt alle Zellen einmal und lösche sie, sodass ich ein leeres Blatt Papier vor mir habe und ich blende mir auch rechts auf der Seite unter Ruler, Grid and Guides über Show Guides die Hilfslinien wieder mit ein, damit wir wieder sehen, was ist der nicht druckbare Bereich. Auch hier, wenn wir so eine Collage uns bauen wollen, sollten wir vorher festlegen, wie groß das Papier ist, was wir bedrucken wollen. In meinem Fall wähle ich jetzt aus ein, ach, ich nehme mal ein A3, ich nehme A3+, nehme ich sogar, pass auf hier, ich nehme A3+, und zwar nehme ich wieder eins mit Rand, also kein randloses, wieder das gleiche Problem, wenn ich ein randloses Papier wähle, dann wird der Druckertreiber das Bild größer drucken, als ich es hier angegeben habe. Ich weiß nicht, wie viel größer und wenn ich außenrum einen weißen Rand, also ein Passepartout gedruckt haben möchte, dann geht das nur präzise, wenn ich eine Papierseite mit Rand wähle. Wenn ihr das Ganze exportieren wollt, dazu werden wir dann wahrscheinlich im fünften Teil kommen, dann kann es sinnvoll sein, hier ein randloses Format zu wählen oder wenn ihr tatsächlich eine Collage randlos drucken wollt, dann wählt ihr natürlich ein randloses Format. Das steht euch völlig frei. So, und jetzt können wir schon loslegen. Was ich hier mache, erst mal rechts oben beim Layout Style, da wählen wir jetzt ein Custom Package. Das ist der dritte Eintrag, der noch zur Verfügung steht. Wir haben dann hier wieder irgendwelche Defaults, die durch meine Vorauswahl bekommen sind. Ich lösche hier mal alles weg. Jetzt habe ich eine leere Seite. Also, Custom Package ist das Zauberwort und da ändern sich auch gleich im unteren Bereich ein paar Optionen, denn zum Beispiel haben wir jetzt kein Fill to Fit mehr. Das heißt, ich kann ein Bild zwar noch seitenrichtig rotieren, wenn ich hier gleich eine Zelle platziere, wie wir es aus dem letzten Teil kennen, aber das Bild wird immer die gesamte Zelle ausfüllen. Geht gar nicht anders. Ist immer so. Wird auch gleich klar, warum das praktisch ist. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, hier ein Bild auf dieser Seite zu platzieren. Entweder, wie beim letzten Teil auch, rechts im Druckmodul, wenn ich ein bisschen runter schaue, dann gibt es diesen Abschnitt Cells. Und da habe ich genau wie im letzten Teil auch gesagt, Vorgaben, also Größenvorgaben, die ich hier per Mausklick dann auf die Seite platzieren und dann dort verschieben kann. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich klicke einfach unten, wenn ich meine Bilder vorschau, diese Dia-Leiste da unten eingeblendet habe in Lightroom Classic, dann kann ich einfach per Drag & Drop ein Foto auf die Seite ziehen und dann wird das in einer definierten Größe dort abgelegt, in so einer Standardgröße. und dann kann ich eben hier Höhe und Breite dieser Zelle ändern. Und während ich das jetzt mal mache, ich habe jetzt ein Bild hier auf die Seite gezogen und wenn ich jetzt diese Zelle sehr breitformatig mache, dann seht ihr, das Bild füllt immer die gesamte Zelle aus. Wenn ich es dann sehr hochformatig mache, wird es weiterhin ausgefüllt und jetzt dreht es sich plötzlich. Weil jetzt habe ich eine sehr hochformatige Zelle, aber ein querformatiges Bild. Und ich habe diese Option Rotate to Fit noch angeklickt. Und bei unseren ganzen anderen Layouts war das durchaus sinnvoll, weil wir das ganze Bild drucken wollten und sind dann eher davon ausgegangen, wir wollen es hinterher zerschneiden. Wenn wir es aber so, wie wir es hier drucken, an die Wand hängen wollen, dann wäre es schon irgendwie hilfreich. Die Bilder würden alle auch gleich ausgerichtet sein. Also deswegen nehme ich mal diesen Haken bei Rotate to Fit weg. Und jetzt wird wieder klar, wenn ich es sehr schmal mache, wird das Bild eben seitlich beschnitten. Wenn ich es in der Höhe sehr wenig hoch mache, dann wird es in der Höhe beschnitten. Aber es füllt immer die gesamte Zelle aus. Es gibt auch einen Klick, den ich machen kann in diesem Abschnitt Zells. Da kann ich sagen Lock to Photo Aspect Ratio. Wenn ich diesen Haken anklicke, dann wird die Zelle immer so groß sein im Seitenverhältnis, also Breite zur Höhe, dass das Bild ohne Beschnitt hineinpasst. Und wenn ich dann die Größe anpasse, wird sich niemals das Seitenverhältnis ändern. Auch das ist gut zu wissen. Das kann sinnvoll sein, wenn man die Bilder unbeschnitten drucken möchte. Aber wir lassen unserer Kreativität heute mal freien Lauf und wir sagen, wir wollen hier mal eine richtig schöne Fotokollage drucken. Also lege ich mir jetzt ein Bild auf die Seite links oben. Ich nehme einfach irgendein freies Format. Ich gucke mir jetzt noch gar nicht an, was ich hier für eine Größe habe. Ich ziehe ein zweites Bild in die Vorschau und jetzt können wir mal schauen. Es gibt hier nämlich eine Option. Hier, Grid Snap. Ans Gitter schnappen. Ja, ans Gitter schnappen. Unter Rulers, Grids and Guides da gibt es eine Option Grid Snap und da kann man einstellen, soll es an die Zellen andocken oder soll es an das Grid andocken. Das Grid ist dieses blaue Raster auf der Seite. Das sind glaube ich immer halbe Zentimeter oder so etwas. Das ist eine Möglichkeit. Geht das immer so stückchenweise weiter. Wenn man es ausschaltet, kann man es völlig frei bewegen. Oder ich kann sagen, ich möchte es an die Zelle einschnappen lassen. dann bei so großen Zellen hier zwischen kann ich mich völlig frei bewegen. Also ich bin jetzt mit meiner kleinen Zelle unterhalb einer großen Zelle, da kann ich mich ganz frei bewegen. Aber wenn ich an den Rand komme, dann wie so magnetisch rastet das ein. Also das mal so als Hinweis kann ganz praktisch sein. Ich werde jetzt aber auf Grid gehen und werde mich nur am Grid orientieren. Und ich mache jetzt ein einfaches Layout, ohne jetzt genau die Maße hier mir anzugucken. Ihr könnt die Zellgröße sehen. Hier rechts wieder bei Cells, da sind zwei Schieberegler für Höhe und Breite. Und da kann man auch die Breiten anpassen, wenn man da mit den Reglern arbeitet. Oder man macht es eben in der Vorschau selbst, so wie ich jetzt hier gerade das tue. So, und jetzt möchte ich diese zwei Bilder, ich habe also auf einem querformatigen A3-Blatt zwei Bilder untereinander querformatig angebracht. Ich mache die auch ein bisschen breiter, dass die also vom Seitenverhältnis eher so einen leichten Panorama-Look bekommen. Und jetzt werde ich den Platz, der rechts daneben noch frei ist, auf der Seite ebenfalls mit Bildern füllen. Und da schaue ich jetzt mal, wie mir das so passt, was ich da hinpacken möchte. Da mache ich jetzt hier ein Bild. Und jetzt fragt man sich, wenn ich jetzt drei Zellen untereinander machen möchte, kann ich denn jetzt nicht eine Zelle, die ich mir hier ausgedacht habe, auch in der Größe einfach duplizieren? Ja, das geht. Und zwar mit gedrückter Alt-Taste. Ich halte also jetzt die Alt-Taste gedrückt. Ich klicke auf die Zelle, die ich duplizieren will und schiebe sie einfach runter. Und schon habe ich ein Duplikat von der Zelle. Das mache ich mit gedrückter Alt-Taste dann nochmal. Und schon habe ich dreimal die gleiche Zelle. So, jetzt habe ich ein Layout gemacht mit fünf Bildern auf einer Seite. Wir sehen links zwei große Querformat-Bilder. Wir sehen rechts drei kleinere Querformat-Bilder. Und jetzt kann ich einfach aus meinem Diastreifen, den ich hier habe, per Drag & Drop Bilder hier hineinziehen in die einzelnen Zellen auf der Seite. Und da die Bilder jetzt ja beschnitten sind, weil das Seitenverhältnis nicht zum Bild passt, kann ich jetzt für jedes Bild individuell wählen, welchen Ausschnitt ich denn sehen möchte. Das wiederum geht, indem man erst die Zelle anklickt, damit klar ist, welche man jetzt manipulieren möchte. Und dann am Mac die Command-Taste gedrückt hält. Und dann kann ich das Bild in der Zelle verschieben. Wenn ich dann eben sagen möchte, von dem Baum, den ich jetzt als Beispiel habe, will ich jetzt nicht unten den Stamm sehen, sondern oben den Himmel. dann kann ich das machen. Das geht individuell, wenn man jetzt ein anderes Format hat, wo man eben dann vertikal verschieben muss, dann geht eben das auch. Ich denke, das wird unter Windows dann mit gedrückter Control-Taste funktionieren. Das ist also eine Variante des Layouts und auch hier vergessen wir natürlich wieder nicht, links im Template-Browser mit rechter Maustaste auf unser angelegtes Template zu klicken und zu sagen Update with current settings, also mit den aktuellen Einstellungen aktualisieren. Dass das geklappt hat, sehen wir dann an der kleinen Template-Vorschau, ganz links oben, wenn ihr die aktiviert habt. Und jetzt bin ich so frei und lege noch ein Template an. Das nenne ich HS Drucken 4 Mark 2. Dann übernimmt er alles, was ich jetzt gerade gemacht habe. Das Layout sieht also genauso aus, aber jetzt mache ich ein anderes Layout. Da seht ihr auch, man kann Bilder übereinander machen. Ich habe jetzt einfach eine der Zellen auf die ganze Seitenhöhe gezogen und sehr, sehr schmal gemacht. Ein bisschen breiter darf es gerne sein. Und die überlappen sich jetzt. Das kann man auch absichtlich so für sich benutzen, wenn man das braucht. Man kann dann mit rechter Maustaste sagen, Send Forward, Send Backward, Send to Front, ganz nach vorne und Send to Back ganz nach hinten, um quasi die Reihenfolge zu definieren, welches Bild dann über einem anderen liegt. Das kann ganz hilfreich sein, wenn man Collagen bildet mit so leicht sich überlappenden Bildern. Kann man sich so vorstellen, dass immer die Ecken sich überlappen oder so etwas. Auch so etwas ist dann möglich. Dann nehme ich meine kleinen Bilder, die schiebe ich in die Mitte, die mache ich etwas schmaler. Ein großes Bild mache ich rechts. Mein Ziel ist es jetzt quasi zwei Hochformate zu haben, links und rechts auf der Seite und in der Mitte kleinere Motive zur Auflockerung. Wir sind wieder bei fünf Motiven, aber das könnt ihr gestalten, wie ihr mögt. Kann ich Bilder auch rotieren? So keckdiagonal? Geht das? Nee, das kannst du nicht. Nee, nee, geht nicht. Also nur senkrecht und waagerecht, aber nicht in freien Winkeln. Da, also es gibt auch reichlich Wünsche hier noch in diversen Lightroom-Foren, was diesen Designer hier betrifft mit der Ausrichtung. Das ist manchmal ein bisschen fummelig. Die Ränder präzise hinzukriegen ist manchmal ein bisschen fummelig. So, auch jetzt verschiebe ich wieder den Bildausschnitt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut hier. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe links und rechts ein sehr schmales, hochformatiges Bildformat und in der Mitte eben drei kleine Bildformate und das kann zum Beispiel dann wieder ganz lustig aussehen, wenn man eben je nach Themenkomplex sich hier Bilder zusammenstellt. Was weiß ich? Christian möchte mit Transparenzen arbeiten und Bilder ineinander überblenden. Das geht leider auch nicht. Das ist halt kein Photoshop. Es ist kein Photoshop. Nein, nein. Es ist ein einfaches Druckmodul. So, einfach mal ein paar Bilder zusammengestellt. Ich habe jetzt hier nicht das gesamte Hochzeitsshooting. Aber so kann man sich jetzt vorstellen, eine schöne Fotokollage zu machen und die eben zum Beispiel auszudrucken und in einen schönen Bilderrahmen zu präsentieren. Ich kann jetzt auch nochmal über Show Guides hier rechts an der Seite die Hilfslinien ausblenden. Das kann man jetzt natürlich noch ein bisschen sauberer hinziehen mit den Seitenrändern. Aber so habt ihr eine Idee, was man machen kann. Und solche Collagen eben jetzt auch diese hier speichere ich wieder ab. Links, rechte Maustaste, Update with Current Settings. Und jetzt habe ich hier eben verschiedene Möglichkeiten, meine Vorlagen auszusuchen. Die Auswahl der Bilder speichert er sich logischerweise nicht, sondern eben das Layout und kann dann sagen, ach, jetzt nehme ich hier dieses Layout und da ziehen wir jetzt mal ein paar schöne Bilder hinein. Einfach, weil es Spaß macht. Und so kann man sich eben ganz, ganz fantastische Fotokollagen bauen. Und wenn man eben die Idee hat, wie man auf seiner Seite Bilder anordnen möchte, egal wie viele Zellen es hinterher werden und egal in welcher Größe sie im Verhältnis zueinander stehen, dann kann man sagen, ach ja, guck mal hier, prima. Und wenn man das dann schön ausdruckt, das kann auch selbst in Postkartengröße sehr, sehr schön aussehen, also auf 10 mal 15 oder 13 mal 18 ausgedruckt und dann habt ihr da irgendwie drei oder vier oder fünf Motive auf einem Blatt und das dann irgendwie, ja, entweder es ist tatsächlich eine Postkarte, die ihr dann verschickt oder ihr hängt das so wie hier bei uns an der Magnetwand oder eben schön in so einen halben Rahmen rein, dann macht sich sowas sehr, sehr gut an der Wand. Also es muss nicht immer ein Motiv auf einem Blatt sein. Ich finde, mit diesem Custom Package kann man auch wunderbare Dinge tun. Wie man das dann noch weiter steigern kann und noch kreativer nutzen kann für andere Dinge, da werden wir dann sicherlich ein anderes Mal drüber sprechen. Du willst nicht noch einen fünften Teil machen, echt? Das hier wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Was ich persönlich, wie gesagt, am allerallermeisten nutze, ist eben die Variante Einbild auf einem Blatt. Da haben wir im ersten Teil mit angefangen. Und was ich gerne nutze, teils zum Drucken, aber teils eben auch für andere Einsatzzwecke, das ist das, was ich euch heute gezeigt habe, mit diesen Custom Packages solche Fotokollagen zu erstellen. Ist eine schöne Sache. Eine Sache sollte noch erwähnt sein, wenn ihr so eine Collage baut, dann könnt ihr, wenn ihr mit den Rändern vielleicht ein bisschen weniger Stress haben wollt, dann könnt ihr die Sachen auch bis an den Seitenrand ziehen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einen nicht druckbaren Bereich, da könnt ihr hier dann aber ein Papierformat wählen, was randlos ist. Na, komm schon. Ich mache das nochmal zum Demonstrieren. Ich ziehe jetzt alle Zellen wirklich auf Stoß aneinander, ohne Abstand. Kleben also alle Bilder aneinander. Ich passe jetzt auch nicht auf die Größen auf, das macht ihr dann bitte ein bisschen schöner. So, jetzt haben wir das Letzte noch, das muss da oben noch ran. So, dann kann das hier auch noch ein bisschen nach oben. Was ich jetzt halt gemacht habe, ist, ich habe die gleichen fünf Zellen, aber die berühren sich alle komplett. Sieht dann gar nicht mal mehr so schön aus. Was man jetzt aber machen kann, ist, es gibt in den Image Settings einen Abschnitt, der heißt Photo Border. Also ein Rand ums Bild. Und dann gibt es einen Schieberegler und dann kann man eben die Zellen so gestalten, dass sie einen Rand bekommen und damit wird das Bild eben kleiner in der Zelle gedruckt und so hat man sehr schnell gleichmäßige Bilder, gleichmäßige Ränder um alle Bilder herum. Das kann man machen und man kann um die Bilder herum, also man hat den Rahmen außenrum, dann kommt ein Rand noch, ein Inner Stroke, dem kann ich noch eine Farbe geben oder eben ein Grauton geben. Und so könnte ich jetzt den Bildern also auch noch einen grauen Rahmen oder einen roten Rahmen oder was auch immer geben um die einzelnen Bilder herum. Finde ich persönlich nicht immer so schön, kann sich aber je nach Motiven auch mal ganz nett machen. Aber sowas mit dem Rand hier, das benutze ich auch ganz gerne. Hatte ich beinahe vergessen, sollte aber noch erwähnt sein. Ich mache jetzt hier auch gleich noch mal. Niemals vergessen, rechte Maustaste, Update with Current Settings, links auf dem Template Browser, falls ich das noch nicht oft genug gesagt habe, denn ich bin da mehr als einmal drauf reingefallen, seid ihr bitte schlauer als ich. Da kriegst du von Leidraum auch keine so fette Warnung, so Vorsicht, noch nicht gespeichert und so. Nein, 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 das wäre zu einfach. Tja. So schaut es aus. Sehr schön. Das war der vierte Teil der Trilogie. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ah. Ah. Jetzt kommen wir zum zum fünften Teil der Trilogie. Herr Linke, was tun Sie uns da? Der vierteiligen Trilogie. Es geht um Leidraum Classic, es geht ums Druckmodul und wir haben in den letzten Teilen natürlich erst mal mit dem Druckmodul gearbeitet, um zu drucken. Auf das Drucken selbst bin ich jetzt gar nicht im Detail eingegangen, das wäre mal eine ganz eigene Serie wahrscheinlich. Aber wir haben Seiten aufbereitet, Bilder eines oder mehrere auf einer Seite arrangiert in verschiedenen Arten und Weisen, die man da anwenden kann. Es gibt aber noch was Schönes, was man machen kann, denn die Collagen, die wir im letzten Teil kennengelernt haben, die kann man auch benutzen, um entweder Bilder vorzubereiten für beliebige Bestellungen, die man machen will, wenn man also einen externen Druckdienstleister hat und möchte, was weiß ich, eine Bettwäsche bestellen oder ein Panoramabild bestellen in irgendeinem abgefahrenen Seitenverhältnis. Dann kann sowas schon schwierig werden, das in seinem Druckertreiber auszuwählen oder einzustellen, dass man genau diese Seitengröße haben will. Oder aber man möchte für seine Webseite, für den Blog oder für ein Portfolio, für ein Header oder irgendetwas ein ganz spezielles Seitenverhältnis haben und möchte da etwas exportieren. Also das Arrangement, das Arrangement, die Collage direkt als Bilddatei exportieren in einem beliebigen Seitenverhältnis, ohne sich groß irgendwie mit dem Druckertreiber befassen zu müssen. Das geht mit Lightroom Classic und dem Druckmodul auch. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Deswegen schalte ich jetzt mal wieder um auf meinen Bildschirm. Hier wieder die Warnung vorweg für die Audio-Podcast-HörerInnen. Ich versuche es so gut, wie es mir hier gelingt, nebenher zu beschreiben, was ich tue. Ich empfehle aber natürlich für dieses Segment unseren YouTube-Kanal und dann zu dieser Kapitelmarke zu springen und sich das anzuschauen. Außerdem sei noch mal gesagt, ich habe die englische Oberfläche bei Lightroom eingestellt, weil die Begriffe dann kürzer sind und ich einfach, wenn ich danach suche, im Internet mehr finde. Deswegen weiß ich jetzt nicht zu allem, wie es konkret Deutsch übersetzt ist. Also seht es mir nach, wenn ich hier englische Begriffe verwende. Ich hoffe, das wird trotzdem klar. Wir starten mal wieder, wie wir in den letzten Teilen auch gestartet sind, indem wir uns ein neues Template, also eine neue Vorlage anlegen. Das tun wir, wie wir es jetzt schon gelernt haben, im Lightroom Classic Druckmodul ganz links auf der Seite im Template Browser. Da klicken wir auf das Plus, vergeben einen Namen dafür. Das nenne ich jetzt tatsächlich mal H ist Collage Römisch 1 und lasse auch das wieder in unseren angelegten Ordner H ist Drucken, abspeichern. Was jetzt passiert ist, ist, dass egal, was ich vorher ausgewählt habe, das wurde jetzt dupliziert für diese Vorlage. Ich hatte jetzt in diesem Fall, glaube ich, das ist unser erstes Beispiel, ein Bild auf eine Seite und das habe ich jetzt hier auch wieder. Das ist aber egal, denn das ändern wir jetzt. Dazu gehe ich jetzt nach rechts oben im Druckmodul, ganz nach oben und ich wähle bei dem Layout Style erst einmal wieder unser Custom Package. Das haben wir ja letztes Mal kennengelernt, als wir Collagen gemacht haben. Und was er jetzt getan hat, ist, er hat mein Layout, was er mir eben gerade noch vorbelegt hat, mit einem Bild, was auch ausgewählt war, hat er komplett leer gemacht und hat mir hier so drei Vorbelegungen, drei Kisten hingemacht, wo ich Bilder reinziehen könnte. Die stören mich jetzt gerade vom Layout, deswegen markiere ich sie und lösche sie, sodass ich jetzt eine leere Seite habe. Und ihr werdet vielleicht schon gemerkt haben, wenn ihr aufmerksam gewesen wart, ich habe nicht aufs Page Setup gedrückt, denn das, was im Page Setup steht, das ist mir vollkommen egal, weil das Page Setup benutzen wir gar nicht, denn wir wollen ja auch gar nicht drucken, deswegen völlig egal, was da steht, das ändern wir gleich sowieso. Und wo ich schon hier bin, mache ich das, was wir letztes Mal auch gemacht haben. Ich gehe nämlich auf der rechten Seite in den Bereich Image Settings. Da ist jetzt durch die Vorlage, die ich vorher ausgewählt hatte, noch das Rotate to Fit angeklickt, sodass also das Bild sich immer korrekt am Seitenverhältnis orientiert, was ich gleich auf die Seite legen möchte. Das will ich aber nicht. Ich möchte, dass die Bilder immer gleich ausgerichtet sind, egal welches Seitenverhältnis die Kiste hat, die ich gleich machen werde. Haben wir bei den Collagen kennengelernt. Deswegen deaktiviere ich das Rotate to Fit an dieser Stelle auch. Ich habe jetzt auch keine Hilfslinien oder irgendetwas eingeblendet. Ist mir jetzt gerade für den Moment mal vollkommen egal. Was ich jetzt noch mache ist, es gibt hier einen Bereich unter den Image Settings, der nennt sich Ruler, Grid and Guides, also Lineal, Raster und Hilfslinien. Und da kann ich eine Einheit einstellen, in diesem Fall hier die Ruler Units, also was auch immer, Lineal, Einheiten. Die stehen hier bei mir auf Zentimetern und die ändere ich jetzt mal auf Inches. Klingt komisch, macht aber Sinn. Werdet ihr gleich sehen. Müsst ihr nicht machen, aber das macht die spätere Berechnung einfacher. Und jetzt kommen wir zu einem großen Punkt, nämlich ganz unten, dem Bereich Print Job. Das ist der, den wir jetzt in den ganzen letzten Teilen nicht beachtet haben. Da kann man dann eben noch einstellen, wie das Ganze dann aufs Papier ausgegeben werden soll. Vielleicht mache ich da noch ein Teil dazu, muss ich mal gucken. Was wir aber hier machen ist, wir stellen bei Print To, also Ausgabe nach, da klicken wir auf das Wort Printer und wählen dann JPEG File. Denn wir wollen nicht auf den Drucker ausgeben, sondern wir wollen in eine Datei drucken, wenn ihr so wollt, in eine Datei exportieren. Und dann ändert sich dieser Bereich mit Print Job. Da werden dann andere Einstellungen sichtbar. Und da tun wir jetzt zwei Dinge. Zum einen ändern wir jetzt die File Resolution. Die steht nämlich jetzt auf 300 ppi per Default. Das könnt ihr auch so lassen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie ihr gleich rechnen wollt. Das ergibt gleich Sinn. Ich stelle das mal auf 200. Dann kann ich nämlich einfacher gleich rechnen. Das Print Sharpening, also die Schärfung, die schalte ich aus. Das kann man aktiviert lassen, weil wenn die Bilder skaliert werden, dann kann es helfen, wenn sie noch ein bisschen nachgeschärft werden, dann sehen sie knackiger aus. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Am besten mal dann im letzten Schritt, wenn ihr ein Bild ausgegeben habt, so eine Seite ausgegeben habt, dann einmal mit und einmal ohne Schärfung. Oder mit starker und schwächerer Schärfung. Und dann entscheidet ihr euch, was euch am besten gefällt. Ich schalte das einfach mal aus. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Nämlich auch in diesem Print Job Bereich gibt es das Custom File Dimensions. Also eigene Größe für die Datei. Da kann man ein Häkchen setzen. Und dann werden unten drunter zwei Eingabefelder sichtbar. Das ist nicht ganz offensichtlich, dass man da drin editieren kann. Dann kann man aber, das sieht man, wenn man mit der Maus drüber fährt, dann werden die so markiert. Und weil ich oben auf Inches umgestellt habe, stehen jetzt hier auch als Einheiten Inches. Und warum ist das jetzt spannend? Wenn ich jetzt wissen möchte, oder ja, wenn ich eine Datei ausgeben möchte, und ich möchte jetzt zum Beispiel mal ein Panorama-Format erstellen, ein etwas extremeres, und ich möchte, dass die lange Seite, in diesem Fall meine breite Seite, 5000 Pixel groß sein wird. Also das Bild, was ich exportiere, soll 5000 Pixel haben. Dann kann ich hier nirgendwo Pixel einstellen. Und deswegen nehme ich diese 200 ppi, die wir hier haben, 200 Pixels per Inch, und rechne jetzt einfach. Und wenn ich jetzt meine 5000 Pixel nehme und ich teile sie durch die 200 ppi, dann haben Leute, die in Mathe aufgepasst haben, sofort herausgefunden, dass ich 25 eintragen muss. Also trage ich hier, der linke Wert ist die Breite, trage ich hier 25 ein. Und die Höhe, da sage ich zum Beispiel mal, jetzt machen wir eine ganz komplizierte Rechnung, ich möchte 2000 Pixel Höhe haben, durch 200 komme ich auf 10. Wer hätte das gedacht? Also trage ich in den zweiten Wert 10 ein, und schon habe ich vor mir eine Seitenvorschau, eine leere Seitenvorschau, in dem passenden Seitenverhältnis, 25 Inches breit und 10 Inches hoch, wenn ich mit 200 ppi ausgebe. Das ist schon mal schön. Und darauf werden wir jetzt gleich Bilder arrangieren. Worauf ihr achten solltet ist, wenn ihr irgendwelche Berechnungen anstellt mit der Pixelgröße, Lightroom Classic möchte mindestens 4x4 Inch haben in diesem Modul. Also kleiner als 4 Inch geht nicht. Wenn ihr sowas haben solltet, dann müsst ihr halt ein größeres Format nehmen und dann hinterher skalieren in einer anderen Software. Oder das Bild noch mal in Lightroom öffnen und über die Exportfunktion dann noch mal skalieren. Aber meine Güte, das wäre dann schon ganz schön klein. Ja, und jetzt arrangieren wir mal Bilder. Und dazu wähle ich jetzt ein Foto, ziehe das einfach unten aus meinen Vorschauen. Die habe ich unten eingeblendet. Wieder der Einstieg immer über eine Selektion, die ich habe. Da bin ich halt in der Bibliothek, habe mir eine Selektion gewählt und dann gehe ich ins Druckmodul und dann habe ich eben die Selektion oder die Kollektion, je nachdem, wo ihr gestanden habt, am unteren Bildrand als diese kleinen Vorschau. Und die kann ich, wie wir es letztes Mal auch schon gesehen haben, per Drag & Drop einfach auf die Seite ziehen. Das mache ich jetzt auch. Und wenn ich mit dem Bild so an den Rand fahre, von der Seite in der Vorschau, dann bleibt das Bild oben so ein bisschen hängender. Da bleibt so ein kleiner Rand. Wenn ihr den Rand nicht haben wollt, wenn ihr das Bild, also was ihr auf die Vorschau zieht, wirklich randlos haben wollt, dann könnt ihr es nach oben ziehen und wenn es hängen bleibt, die Maus einfach ein bisschen weiter ziehen und dann kann man diese Ränder überwinden, um es randlos zu machen. Ich mache das aber ganz bewusst nicht. Ich erkläre dann auch gleich, warum nicht. Das Bild habe ich jetzt gerade nach rechts positioniert. Ich lasse rechts und oben einen Rand. Und jetzt ziehe ich das Bild so groß, dass es über die ganze Seitenhöhe geht und mache es ein bisschen breiter. Aber es ist immer noch ein sehr starkes Hochformat, also ein eigentlich porträthaftiges Bild, ein sehr starkes Porträtbild. Und jetzt habe ich dieses eine Bild auf der Seite liegen, ganz rechts. Ich halte jetzt die Alt-Taste gedrückt, während das Bild schon markiert ist. Und mit gedrückter Alt-Taste kann ich jetzt in das Bild klicken und ziehen, um ein Duplikat zu erzeugen. Auch das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Hier ist gerade eine praktische Anwendung. Und ich ziehe jetzt dieses Bild in genau der gleichen Größe auf die linke Seite von meiner Vorschau. Jetzt habe ich also vor mir ein sehr starkes Panorama-Format. Links ein hochformatiges Bild, rechts ein hochformatiges Bild. In diesem Fall noch dasselbe. Und in der Mitte weiße Fläche. Die weiße Fläche möchte ich jetzt mit einem dritten Bild ausfüllen. Dazu halte ich wieder die Alt-Taste gedrückt, klicke das Bild an, was ich ja eben schon dupliziert habe, ziehe mit der Maus und dupliziere es so noch einmal und lege es jetzt zwischen die beiden Bilder. Und ich mache die Zelle jetzt so breit, dass sie die Lücke dazwischen ausfüllt mit einem kleinen Abstand zu den Nachbarbildern. Den kleinen Abstand, den nehme ich jetzt nochmal weg, sodass die Bilder jetzt direkt auf Stoß alle drei nebeneinander liegen. Ich habe nur außen herum einen Rand. Was ich jetzt noch mache ist, das haben wir letztes Mal auch schon kennengelernt, ich gehe rechts in meinen Einstellungen wieder nach oben. Und zwar gehe ich in die Image Settings und aktiviere wieder den Fotoborder, also den Rand. Und den ziehe ich mal hoch, so auf zehn Punkt, die mir jetzt hier angeboten werden. Jetzt habe ich ein zehn Punkt Rand. Und jetzt wird auch klar, warum ich ein bisschen Rand von dem Bild zum Seitenrand gelassen habe, weil diese Fotoborder geht ja immer ringsrum und ums ganze Bild. Das heißt, zwischen den Bildern ist der Abstand dann immer doppelt so breit wie vom Bild zum äußeren Rand, weil sich da in der Mitte halt die beiden Ränder treffen. Und das kann... Der kann das nicht auflösen? Nein, das kann der nicht auflösen. Das ist aber schlecht. Ja, es ist halt... Es gibt viele Wünsche dafür, aber Adobe macht da irgendwie nicht mehr Sinn. Ich glaube... Dieses Feature haben die seit 100 Jahren nicht mehr angefasst. Na, haben sie nicht. Ich glaube, der oder die EntwicklerInnen, die da dran gesessen haben und hier echt viel Liebe reingesteckt haben, ich liebe dieses Druckmodul wirklich, ich glaube, die sind da nicht mehr. Und ich glaube, alle anderen haben es nicht verstanden, wie es funktioniert. Es ist sehr, sehr schade. Es gibt viele Wünsche, aber naja, man muss manchmal ein bisschen tricksen, aber so geht es auch. Und jetzt habe ich immer noch... Also jetzt habe ich einen schönen Rand um die Bilder, aber ich habe jetzt natürlich dreimal das gleiche Bild. Aber genau wie wir es letztes Mal gelernt haben, kann ich jetzt einfach unten aus meinen Thumbnails per Drag & Drop in eine Bildzelle Bilder hineinziehen. Und das mache ich jetzt auch mal links und in die Mitte ein anderes Bild. Und wenn ich jetzt noch den Ausschnitt des Bildes in der Zelle verändern will, dann klicke ich erst eine Zelle an, also erst das Bild anklicken in der Vorschau, dann halte ich auf Mac die Command-Taste gedrückt und kann dann mit der Maus den Ausschnitt verschieben. Ich denke, das wird unter Windows dann die Control-Taste sein. Könnt ihr mal ausprobieren. Und jetzt habe ich ein schönes Panorama-Bild, ein Triptychon, wenn ihr so wollt, links und rechts ein schmales Hochformat, in der Mitte ein Querformat. Und das könnte ich jetzt schon ausgeben, aber jetzt gibt es natürlich noch eine schöne Sache. Und zwar wird jetzt der Punkt mit der Seitenfarbe interessant. Den hatte ich auch letztes Mal schon angesprochen. Dann fragt man sich aber, so viel Tinte auf den Hintergrund auftragen, das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Aber plötzlich wird das spannend, wenn man einen Export in eine Bilddatei macht. Denn rechts im Druckmodul im Abschnitt Page, also Seite, da ist gleich der oberste Punkt, ist die Page Background Color, also die Seitenhintergrundfarbe. Und wenn man das anklickt, dann wird erstmal per Default alles schwarz. Das kann auch schon sehr interessant aussehen, weil dann leuchten die Bilder vor eben dem schwarzen Hintergrund. Aber ich kann jetzt eine beliebige Farbe wählen. Wenn ich auf diese, auf dieses kleine Farbvorschau, also auf diese Farbfläche drücke, dann öffnet sich so ein Farbauswahldialog. Das sind so ein paar Grautöne, sind vorgegeben. Aber wenn ich rechts den Schieberegler nach oben ziehe, das ist der Sättigungsregler, dann kriege ich plötzlich Farben in meinem Auswahldialog. Und wenn ich mit der Maus über den Farbendialog fahre, dann sehe ich in Echtzeit in der Vorschau, wie sich das im Verhältnis zu den Bildern darstellen wird. Und so nehme ich jetzt hier zum Beispiel mal nicht einen schwarz, sondern einen dunklen Grünton, weil ich habe hier lauter Fährtebilder, wo eine grüne Wiese drauf ist. Und ich möchte es nicht hell, sondern ich möchte es dunkel haben, damit die Bilder ein bisschen leuchten. Nämlich einen dunklen Grünton und sage, das gefällt mir ganz gut. Ja, und zum grünen Abschluss klicke ich jetzt ganz unten rechts auf den Knopf Print to File, also Ausgabe in Datei. Dann öffnet sich der Dateidialog, wo ich eben ein Verzeichnis wählen kann. Ich habe mir jetzt hier auf meiner lokalen SSD schon Verzeichnis gemacht dafür, nämlich ein Lightroom Classic drucken. Und das nenne ich jetzt die Ausgabe, nenne ich jetzt auch mal HS Collage 1 und sage Speichern. Und dann sieht man oben links den Fortschrittsbalken, das ausgegeben wird. Und wir schauen uns das Ergebnis jetzt auch mal an, indem ich das Bild in der Vorschau öffne. Und et voilà. Wir haben hier unser Triptychon mit der grünen Hintergrundfarbe. Und wenn ich mir die Information dazu anzeigen lasse, dann sehen wir, das ist mit einer Bildauflösung von 200 Pixel per Inch gespeichert. Und wir haben 5000 mal 2000 Pixel. So. Und wenn ihr so etwas natürlich an eine Druckerei geben wollt und die sagt, nein, das müssen aber 300 dpi sein oder ppi, dann könnt ihr das natürlich auch mit 300 ppi machen, indem ihr jetzt einfach die Metadaten ändert oder indem ihr in Lightroom eben das Ganze auf 300 stellt und dann bei der Rechnung irgendwas Krummes habt, dann habt ihr halt 16,67 und 6,67 und vielleicht nicht exakt 5000 Pixel, sondern irgendwas, was nah dran kommt. Das hängt dann jetzt mal sehr davon ab, für welchen Anwendungsfall man das Ganze ausgibt und wie präzise es sein muss. Aber das ist tatsächlich eine Funktion, die ich sehr, sehr gerne benutze. Habe ich eine ganze Zeit lang gemacht für den Blog. Da habe ich auf diese Art und Weise die Bilder exportiert. Ich zeige mal hier kurz Collagen. Links an der Seite blende ich mal meine Collagen auf. Die habe ich hier sortiert. Landscape, zwei Bilder. Ich gehe mal gerade durch die Vorschau und dann seht ihr oben, dann haben wir hier Landscape, drei Bilder. Landscape, vier Bilder. Landscape, fünf Bilder. Eins mit zwölf Bildern als Grid angeordnet. Dann noch Mixe. Also verschiedenste Collagen in verschiedenen Seitenverhältnissen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie ihr die Bilder anordnen wollt. Sowas sieht auch ganz schön aus. Ich habe hier das Mix 4C. Das ist quasi quadratisches Format und dann sind links oben und rechts unten ein Querformat und rechts oben und links unten dann ein schmales Hochformat. Also da könnt ihr euch wirklich austoben. Ja, probiert es mal aus. Macht sehr viel Spaß. Sind sehr schöne Ergebnisse, wie ich finde. und das ist auch so eine Sache, die ich an diesem Druckmodul liebe. Es muss ja nicht immer gedruckt werden. Nicht wahr? Manchmal ist es eben auch ja, ein JPEG, was man sich exportiert. Ihr könnt beim Export auch noch die JPEG-Qualität einstellen. Die steht per Default auf 100. Ist natürlich die beste Qualität, vor allen Dingen, wenn ihr es vielleicht noch weiter verarbeiten wollt, aber sehr groß. Wenn ihr es gleich fertig für euren Block machen wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht auf 5000 Pixel gehen. Dann macht ihr es halt kleiner. Und dann könnt ihr die JPEG-Qualität zum Beispiel auch auf 65 oder 70 oder sowas stellen. Und das reicht dann auch völlig aus. Und die Dateien sind deutlich kleiner. Ja. Sehr schön. So schaut es aus. Lightroom Classic Druckmodul absolut ungeschlagen. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich so schwer tue, irgendeine Alternative für Lightroom zu benennen. Weil es ist eben nicht immer nur eine RAW-Bearbeitung, sondern es ist bei Lightroom Classic einfach so viel mehr. Also dieses Druckmodul ist tatsächlich, so viele Ecken und Kanten es auch hat, es ist tatsächlich extrem powerful. Es kann unglaublich viel, wenn man die Tricks kennt. Also, dass hier fünf Teile rausfallen, das ist schon, das bedeutet schon was. Und, äh, kriegen wir noch einen sechsten? Schauen wir mal. Okay. Na gut. Ähm, ja, Dankeschön. Wie jetzt? Was jetzt? Ja, komm, ich habe gesagt, Lightroom Classic Drucken, darum geht es natürlich. Ich habe gesagt, brauchst mich aber nicht groß machen diesmal. Ähm, ich habe gesagt, schickt mir Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und ich versuche das in die Themen einzubauen. Das habe ich teils gemacht. Manches passt aber nicht so richtig, ähm, in die entsprechenden Vorführungen, in die Demos. Deswegen gehe ich hier nochmal auf eure Fragen ein. der Burkhard hat zum Beispiel gefragt, falls es nicht so abwegig ist, ich habe auf dem Mac vermutlich ein Treiberproblem. Druck aus Lightroom ist für die Tonne. Streifen, falsche Farben, ähm, nutze ich, äh, äh, ich nutze die Druckersoftware von, ach so, nutze ich die Druckersoftware von Epson. Epson hat ja eigene Druckersoftware. Äh, dann passt alles. Also wenn man aus Epson-Programmen herausdruckt, dann geht es. Druck aus dem Mac geht es nicht, also aus Lightroom heraus. Wir hatten dann E-Mail-Austausch, ähm, und es hat sich rausgestellt, auch aus der Vorschau, Drucken macht auch Streifen. Also es liegt nicht an Lightroom, sondern ganz klar da dran, wenn der Mac den Mac-Treiber für den Epson-Drucker benutzt, dann hat er streifiges Bild. Sieht wirklich ganz wild aus. Er hat mir da Fotos geschickt. Habe im Internet auch noch jemanden gefunden, der das gleiche Problem hat. Also ich würde das eindeutig auf den Treiber zurückführen. Und wenn Epson selber mit dem Drucker kommuniziert, gehe ich davon aus, dass die nicht den Mac-Treiber benutzen, sondern eben direkt kommunizieren, weil die haben natürlich, die wissen ja, wie ihr Drucker funktioniert. Deswegen wird das dann passen. Da würde ich also tatsächlich mal gucken, ob es da Updates gibt, den Support mal fragen, ob das eine Kombination aus Betriebssystem und Treiber ist. Sehr ungewöhnlich. Ich hatte so etwas noch nicht, aber wie gesagt, ist ein Treiber-Problem. Gegebenenfalls hatte ich auch den Tipp gegeben, mal einen anderen Treiber zu benutzen. Es gibt einen Drittanbieter-Treiber, der nennt sich Printfab, also Print und dann FAB direkt dahinter. Die machen sehr, sehr viele Dinge sehr gut. Ist ein ziemlich nerdiger Treiber. Ich benutze den halt auch für den Fotodruck. Könntest du mal ausprobieren. Ich würde vermuten, dass das damit besser funktioniert. Aber da kostet halt auch ein bisschen was. Musst du gucken, ob es dir das wert ist. Dann hat dir Jürgen gefragt, wie ich Passfotos mit dem Druckmodul erstelle und dabei vorgehe. Darauf war ich eingegangen. Was Passfotos sind Passfotos? Passfotos. Pass. Multipass. Passfotos. Hast du einen Reisepass? Multipass. Ich habe mein Multipass. Multipass. Passfotos. Also wie ich Multipass-Fotos drücke, das habe ich erklärt in der Episode, wo es um die Packages geht. Also ein Bild in verschiedenen Größen auf einem Papier. Habe ich so drei- oder viermal gebraucht. Habe ich dann eben so auf, ich glaube auf ein 10x15, habe ich die entsprechend gedruckt. Hatte ich gezeigt, wie ich das mache. Dann hat Jürgen auch noch eine Frage, wie erstellst du für ZOR, also den Druckdienstleister, hellere Abzüge aus dem Druckmodul? Benutzen wir ZOR noch? Sind zu dunkel. Also kannst du ja als Synonym einsetzen für andere Dienstleister auch. Wie gehe ich dabei vor? Gar nicht mit dem Druckmodul. Also wenn ich etwas bestelle irgendwo, und das tue ich durchaus bei verschiedenen Herstellern, also sei es jetzt Whitewall, sei es, wie heißen sie, diese Wortfindungsstelle, Fotobuch.de zum Beispiel. Wenn ich da was bestelle, mache ich das über einen ganz normalen Export. Das heißt, ich nehme das Bild, ich exportiere das als JPEG in einer vollen Auflösung und lade das hoch. Und tatsächlich ist es inzwischen so, dass ich gar nichts mehr anpassen muss. Das war früher noch anders. Inzwischen exportiere ich das Bild so, wie ich es entwickelt habe. Und die Hersteller sind pfiffig genug. Ja, ja, die sind pfiffig genug. Also weißt du, wie Fotoabzüge, die du machen lässt oder sowas. Also die Hersteller sind da schon pfiffig genug und wollen ja, dass die Kunden möglichst wenig Reklamationen zurückschicken. Und die wissen schon, dass ihre Druckmaschinen ein bisschen dunkler sind als das, was wir haben. Die optimieren auf möglichst wenig Reklamationen, klar. Ganz genau. Und das war früher nicht so gut. Da habe ich also oft eher angekreuzt, bitte nicht optimieren. Ich schicke euch schon das, was ich haben will und habe mir ein ICC-Profil mal von denen geben lassen und sowas. Das brauche ich inzwischen eigentlich nicht mehr. Das funktioniert wirklich gut. Bei Whitewall gibt es einen Schieberegler mit einer Vorschau, wo man sich angucken kann. Da passen sie auch nach Farben an. Kann man alles abschalten, wenn man das will. Aber oft machen sie schon das Richtige, auch die anderen Anbieter. Man kann es im Zweifel nur testen. Wenn du dann Anbieter hast, wo das eigentlich kategorisch zu dunkel ist, dann mache ich halt eine virtuelle Kopie in Lightroom, entwickle das ein bisschen heller für die Bestellung. Das ist dann nach Gefühl oder nach Erfahrung und dann bestelle ich. Aber das habe ich jetzt, wie gesagt, seit Jahren nicht mehr gemacht. Im Druckmodul selbst kann man halt die Helligkeit erhöhen, wenn man selber druckt. Das benutze ich aber nicht für die Ausgabe, um dann das ausgegebene Bild zu bestellen, weil da hast du halt... Warum? Dann kann ich auch gleich eine virtuelle Kopie nehmen. Genau. Der Markus hat gefragt. Erstmal ganz herzlichen Dank zu deinem Mehrteiler zum Druckmodul. Ich benutze das Druckmodul von Zeit zu Zeit und komme einigermaßen damit klar. Mehr Trial and Error. Im ersten Teil hatte ich schon den Aha-Effekt, da ich mir die Templates nie angeschaut hatte und immer wieder bei jedem Papierwechsel, Größe und Sorte bei Null gestartet bin. Really? Okay. Freut mich, dass ich helfen konnte. Naja, wenn du das wirklich selten benutzt und jedes Mal anders irgendwas machen musst, dann brauchst du keine Templates. Es ist nicht so richtig offensichtlich. Ja, es ist nicht so... Also, vor allen Dingen, dass du immer... Ich hab's oft genug gesagt, rechte Maustaste mit aktuellen Einstellungen aktualisieren. Wenn du das vergisst, ey, da ärgerst du dich schwarz und denkst, was soll denn der ganze Quatsch? Aber dann ist das einfach, das neu einzustellen, weil du hast es ja gerade erst gemacht. Ja, ganz klar. Erinnerst dich noch? Hoffentlich. Hoffentlich. Er hat auch einen ET, also einen Epson-ET-Drucker, EcoTank, allerdings den 7750, ist inzwischen recht zufrieden damit und so weiter und so fort. Aber zur Frage, ganz zu Beginn hast du in einem Nebensatz erwähnt, dass du dir einen separaten Treiber von Printfab gegönnt hast. Guck an. Ich hab ein paar schöne Papiere, aber das Mapping zu den Epson-Standards ist nicht wirklich zufriedenstellend, kenn ich. Vielleicht passt das nicht wirklich zum Druckmodul, aber ein paar Sätze dazu. Wie justierst du zum Beispiel Hahnemühle und andere Papiere? Was machst du, wenn die Papiere nicht im Standardportfolio enthalten sind? Wie korrigierst du Profile beziehungsweise passt sie an? Und so weiter und so fort. Also man kann ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel Papiere kauft von namenhaften Papierherstellern, dann haben die in der Regel auch fertige Profile für bestimmte Drucker. Da muss man eben gucken, ob es für das Papier, was man gekauft hat und das Druckermodell, was man hat, auch ein passendes Profil gibt, was man dann in Lightroom verwenden kann. Das habe ich jetzt noch nicht besprochen. Wenn euch das interessiert, machen wir gerne Teil 7 dazu. Das ist allerdings auch immer nur ein Näherungswert, weil jeder Drucker auch wieder ein bisschen anders druckt. Also ab Werk sind die nicht alle so kalibriert, dass sie alle identisch zum Profil passen. Es ist besser als keins, aber es geht natürlich immer besser. Und weil ich ein bisschen einen an der Klatsche habe, mache ich meine Profile natürlich selber. Das heißt, ich habe mir von Calibri den Colorchecker Studio gegönnt. Das ist ja ein super Schnäppchen hier. Boah ey. Das ist der alte Color Monkey in neu, oder? Ja, das ist der Nachfolger von Color Monkey. Weil ich habe ja einen Color Monkey, habe ich ja hier oben liegen. Der war damals aber nicht so teuer. Der war aber nicht so teuer damals. Ja, es gab glaube ich auch immer verschiedene Geräte. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es hier auch verschiedene gibt. Weil es gab ja welche, die nur für den Druck sind und welche, die nur für den Bildschirm waren. Und das hier ist einer, der eben beides kann. Also den kannst du in verschiedene Einstellungen bringen. Und dann kannst du deinen Bildschirm profilieren und du kannst deinen Drucker damit profilieren. Na gut. Also 500 muss man hinlegen dafür. Ja, um die 500 Euro habe ich bezahlt. Wie gesagt, Color Monkey war der Vorgänger. Vielleicht findet man da mal ein günstiges Angebot gebraucht. Und probiert das erstmal damit aus. Oder man kauft sich sowas gemeinsam und teilt es sich dann. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten in der Community. Und was ich damit eben mache ist, da ist eine Software dabei, die druckt Farbfelder aus auf das Papier, was ich haben möchte. Dann nutze ich dann eben den Printfarbdrucker. Da kann man im Printfarbdrucker, kann man wieder sagen, ich will ein neues Profil erstellen. Dann wird es quasi ohne Profil, ist quasi nackt, so wie der Drucker eben ohne Anweisung, ohne Korrekturbefehle drucken würde gedruckt. Und dann geht man mit diesem Studio über diese Farbfelder rüber. Das geht sehr, sehr schnell, weil man nicht einzeln ansteuern und piepen muss, sondern man fährt quasi einmal so die Reihen ab. Das geht sehr, sehr gut. Und dann hat man hinterher ein ganz annehmbares Profil. Und wenn einem da bestimmte Töne noch nicht passen, kann man noch verfeinerte Farbflächen drucken, um bestimmte Farbtöne noch zu verfeinern. Da kann man dann so richtig kirre dabei werden. Ja, damit habe ich das gemacht. Und dann habe ich halt den Printfarbdrucker, weil der macht einige Sachen ganz gut mit dem Ecotank-Drucker. Und ja, nutze dann eben meine eigenen Profile, die ich damit erstellt habe. Tja. Und Jörg hat dann noch eine Frage. Nach dem ersten Teil stellt sich für mich die Frage, wie ich ein Papier auswähle, wenn ich die Ausgabe nur als Datei haben möchte, da ich nicht selber drucke. Somit habe ich keinen Drucker, der mir andere Papiere als A4 vorschlägt. Siehe dazu den letzten Teil, den ich gemacht habe, wo es um den Export von den Bildern ging. Die Papierauswahl ist im Grunde genommen völlig irrelevant, wenn du eh nur einen Export machst, weil dann stellst du ja unten rechts im Lightroom ein Classic-Druckmodul, das du in eine JPEG-Datei drucken möchtest oder exportieren möchtest. Und dann kommen neue Schieberegler, wo du die Ausgabegröße in Inch einstellen kannst. Mindestens 4x4 Inch sind notwendig. Kleiner geht es nicht im Druckmodul. Und dann kannst du, wie ich es beschrieben habe, wenn du dann eben mit 300 dpi, 200 dpi oder was auch immer du einstellst, arbeitest, auch ausrechnen, wie viel Pixel es hinterher werden, hatte ich in der Episode gesagt. Also ob du da A4 wählst oder so, ist völlig irrelevant, weil du stellst es dann unten eh anders ein. Das waren eure Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich noch einen Teil machen soll zum eigentlichen Drucken und wie das mit dem Profil auswählen ist und wie sich das alles so verhält, kann ich das gerne vorbereiten. Schreibt mir dazu, wenn euch das interessiert. Wenn ihr noch andere Fragen habt zu Printfab und Konsorten, lasst es mich gerne wissen. Ich drucke gerne. Mhm.